Ja, hallo. Oh Mann, bin ich froh hier zu sein. Das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Es ist tatsächlich ein Jahr her, dass ich jetzt hier war und jeder, der es letztes Jahr mitbekommen hat, was mir passiert ist oder was ich für eine Erfahrung sammeln durfte, der kann sich natürlich vorstellen, was für ein Jahr ich da gemacht habe. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Kommt erst mal an. Seid erst mal hier. Und ich möchte den Vortrag eigentlich mit einem kleinen Zitat anfangen, das dem Anlass entsprechend von einem brasilianischen Onkologen ist. Das ist Gauretio Varela, heißt der. Der hat gesagt, es ist heutzutage bekannt geworden, dass quasi die Ausgaben für Silikon und Viagra um ein Vielfaches höher sind wie die Erforschung von Alzheimer-Patienten in unserer Zeit. Und was das im Endeffekt bedeutet, heißt, dass wir in Zukunft nur noch Frauen mit großen Brüsten und Männern mit hartem Penis haben und keiner kann sich daran erinnern, wozu das eigentlich gut ist. Und das hat mit dem Vortrag eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber es war ein Tipp von einem meiner Lehrer. Wenn Sie irgendwo anfangen, fangen Sie mit einem Witz an. Und ich bin froh, dass das geklappt hat. Also, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich hier bin. Und es ist wirklich sehr, sehr viel passiert und es geht mir auch sehr, sehr gut, bis auf eine bescheuerte Mittelohrentzündung, die mich gestern früh erwischt hat. Also, ich hoffe, dass ich das alles schaffe. Hier steht der Tee, hier steht der Blutwurz. Ich bin gedopt mit Globuli und habe Amulette umhängen. Also, es könnte alles gut funktionieren. Und ja, dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich möchte auf diese Seite hinweisen, die durch die großartige Unterstützung von Frank endlich entstanden ist. Also, Steinzeit TV ist jetzt endlich online. Wir sind auch eine Medienplattform, die im Endeffekt alternative Informationen zur Verfügung stellt. Und genau jetzt, in diesem Moment, wird das neueste Interview freigeschaltet auf unserer Seite. Das könnt ihr euch eigentlich nachher gleich runterladen vom Oliver Jannich. Das Interview, das wir vor kurzem gemacht haben, die Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, wir bringen jede Woche ein Interview raus. Wir produzieren da in Staffelweise. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, aber es macht unheimlich viel Spaß. Vor allem das Feedback, was wir da bekommen, ist eine großartige Nummer. Und was sich da sonst noch alles entwickelt hat. Also, wir haben im Mai einen Testballon gemacht. So ein kleines Video, wer hat Angst vor Putin. Und das hat dann ein junger Russe auf Russisch übersetzt. Und es ging dann durch die Decke. Das hat innerhalb von ein paar Tagen eine halbe Million Klicks gehabt in Russland. Und dann hat Rosia24 angerufen im Interview. Dann war ich auf einmal beim Bayerischen Rundfunk gesessen in einem Studio. Live, Satellitenschaltung nach Moskau. So, das muss ich euch erzählen, das ist irgendwie total bizarr gewesen. Da hat mich Russia Today angerufen, ob ich Lust hätte für ein Interview. So, ja, okay, wie? Ja, wir haben für dich ein Studio gemietet beim Bayerischen Rundfunk. Ob das okay ist? Ich so, ja. Bin ich da reingefahren. Mich hat die Redakteurin abgeholt. An der Pforte so, hallo, ja, was sind Sie Journalist? Ich so, ja, ein bisschen. Und um was geht's? Und ich so, Weltpolitik, ach so, aha, aha, ja, ich weiß das nicht. Und dann komme ich da in dieses kleine Studio rein. Wirklich so ein Podest mit einem Stuhl. Da haben nur noch die Handschellen und die Elektrode gefehlt. Also es hat wirklich ausgeschaut, wie es... Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, ich hatte kein Bild aus Moskau, sondern nur einen Knopf im Ohr und eigentlich kein Bild. Und ich saß dann da live, 20 Uhr und wusste, okay, das, was ich jetzt sage, sehen in Moskau ein paar Millionen Menschen oder in Russland. Und das war eine der bizarrsten Situationen, die ich jemals hatte in meinem Leben. Es hat ganz gut funktioniert, auch wenn ich denke, dass das irgendwie ziemlich, ziemlich bescheuert gelaufen ist. Aber nun denn, also das Jahr ist gut vergangen und ich werde natürlich nachher auch im Detail noch ein bisschen was erzählen über die Geschichte, die mir wirklich passiert ist, welches große gesundheitliche Projekt ich haben durfte in dieser Richtung. Und darum soll es aber nicht insgesamt gehen. Ich bin ja nicht, es geht ja nicht um mich hier, sondern aber ich denke, das, was mir passiert, das kann vielleicht auch dem einen oder anderen manchmal helfen oder vielleicht gibt es einen Blick auf das Große und Ganze. Und natürlich bin ich, wie ihr auch immer, mit froher Erwartung nach Regen gefahren, um zum einen natürlich Menschen zu treffen, die den gleichen Geist haben, Gleichgesinnte, die sich gegenseitig vernetzen. Wir können also auch einen Pausenkongress machen, so wie es Andreas Popp mal vorgeschlagen hat, dass man irgendwann mal einen Pausenkongress macht, dass es gar keine Vorträge gibt, sondern eigentlich nur Pausen. Das wird natürlich irgendwie schwierig sein, aber wir müssen uns natürlich die Fragen stellen, was ist eigentlich hier los? Was passiert hier eigentlich? Das ist eine der Fragen, die ich mein Leben lang mir stelle, die ich schon immer mir gestellt habe und ich habe zum Warmwerden ein paar so Kleinigkeiten gefunden, damit wir mal so ein bisschen reinrutschen in diese ganze Thematik. Gerade gestern Abend habe ich einen Vortrag gehalten über 9-11, auch ein ganz toller Treff in Nandlstadt, der sich da gegründet hatte. Ich dachte, das ist so ein kleines Nebenzimmer, ich war da schon mal, dann war da Presse da und Poster und Hightech pur und es war großartig. Also es passiert wirklich viel und ich habe im Rahmen der Recherche für diesen Vortrag etwas entdeckt und zwar ein Video, das einer vor kurzem auf seiner uralten Digitalkamera gefunden hatte. Und dieses Video hat das Datum 11. September 2001, 5.19 Uhr. Und hier seht ihr das Gebäude Nummer 7 von der Rückseite. Es gab bisher immer nur eine Darstellung von dem, was vorher passiert ist. Ich muss den Ton ein bisschen hochziehen. Bist du Ton da, Alex? Okay, jetzt hört es. Okay. Also die Frage, ob und wie das Gebäude zu Fall gekommen ist, also wie das runtergekommen ist, ist damit eindeutig erklärt. Es wurde einfach gesprengt. Ende der Durchsage. Da gibt es gar nichts mehr zu reden drüber. Und es ist 13 Jahre danach und es gibt immer noch so viele Menschen, die haben von Gebäude 7 noch nicht mal die geringste Ahnung. Gerade jetzt die Architects for Engineers and 9-11 Truths, diese Architektenbewegung von Richard Gage, die haben am 11. September auf dem Times Square eine große Videoleinwand gemietet und haben da im Endeffekt eine Dauerschleife, ein Video laufen lassen, Rethink 9-11. Did you know about World Trade Center 7? Und dabei ist rausgekommen, dass ein Großteil Amerikaner von Gebäude Nummer 7 noch nie etwas gehört hat. Also es ist unglaublich. Und dann etwas, was mir auch sehr gut gefallen hat, die letzten Tage hat bestimmt jeder schon mal gehört von den Georgia Guidestones. Das ist dieses Spooky-Monument in Georgia eben. Das ist ja bekannt geworden durch diese ganz seltsamen Regeln für das Zeitalter der Vernunft, dass man also die Bevölkerung auf 500 Millionen Level halten sollte, was bedeutet, dass man erst mal 6,5 Milliarden abschaffen sollte und so weiter. Auf jeden Fall ist da vor ein paar Jahren hier oben an dieser Ecke von diesem Hauptsteele ist ein Stein, also so eine Ecke rausgearbeitet worden. Hier sieht man es noch mal etwas genauer und das hat niemand so richtig interessiert, bis in diesem Jahr plötzlich ein Stein eingearbeitet worden ist in dieses Monument. Man sieht es von dieser Seite noch mal etwas besser. Also auf der Seite ist die 20 und hier ist die 14 eingearbeitet. Und das hat natürlich gleich für viel Furore gesorgt, weil, ja, oh, was soll das jetzt heißen? Ist jetzt 2014 das Jahr, wo das so richtig losgeht? Und ich habe ein Video gefunden, wo Arbeiter der Stadt Alberta, wo das stattfindet, im Endeffekt dieses Steinchen da entfernt haben. Und man hat dann festgestellt, also auf den sechs Seiten von diesem Stein noch verschiedene andere Inschriften drin sind, also die 20 und die 14 oben. Und dann war einmal MM und JAM oder JM und 16 und 8. Also an die Zahlenversierten unter euch, wenn ihr eine Lösung habt, könnt ihr mir gerne mal erzählen, was das ist. Auf jeden Fall haben die das dann im Endeffekt kaputt gemacht. Was es damit auf sich hat, das kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich wollte es euch nur mal mitgeben, diese Information. Übrigens, ich habe vor kurzem ein Referat gehalten über einen Film und da hat mich dieses Bild erinnert, nämlich das ist der Schlitz in einem dieser großen Steine, wo gerade zufällig im Hintergrund die Sonne durchscheint. Und in dem Film, den ich angeschaut habe, heißt der Tag, an dem die Erde stillstand, hat mich irgendwie direkt an diesen Roboter erinnert, hat nichts mit dem Ganzen zu tun. Vielleicht für den einen oder anderen ist es hier das. Auf jeden Fall hat ein Grafiker einen Lego-Bausatz entworfen und zwar nicht Lego, sondern Let Go. Und die Figur, die da mitspielt, das ist auch Ben Dover. Also wenn ihr die Worte umschreibt, Ben Dover heißt sich überlehnen, also quasi aufgeben mehr oder weniger. Also müsst ihr das D vorne hin machen. Und das ist so eine kleine lustige Geschichte, so nach dem Motto, what the fuck, 93% must die. Das haben viele Leute auf dem Schirm, dass da etwas spooky damit abläuft. Also da gibt es einiges, was die Leute aufweckt oder neugierig macht. Und da geht es denen so wie uns, dass die halt einfach nach legitimen Fragen, dass die diese legitimate questions stellen. Und wir müssen uns viele Fragen stellen, zum Beispiel, wieso werden denn eigentlich Banken mit Billionen von Euros gerettet, obwohl wir genau wissen, dass sie vorher betrogen und auch gelogen haben. Warum passiert das eigentlich? Wieso sollen wir jetzt plötzlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben? Das mit der Bundeswehr die letzten Wochen, dass die so seltsamerweise nicht einsatzfähig ist. Wenn die mich gefragt hätten, hätte ich vor 20 Jahren schon erzählen können, dass die Bundeswehr nicht einsatzfähig ist. Jeder, der beim Bund ist, weiß, dass das nicht funktioniert. Was passiert jetzt? Ja, man sagt, die fliegen nicht, die Flugzeuge, die Hubschrauber sind kaputt und so weiter. Das war schon immer so. Aber jetzt wird es halt thematisiert, damit die Leute sagen, ja, wenn jetzt der Krieg kommt, können wir uns nicht verteidigen. Ja, was für ein Scheiß. Oder wieso regt sich jeder auf, warum die Außenbeauftragte der Vereinigten Staaten in der Ukraine, Victoria Nuland, in einem abgefangenen Telefonat, Fuck the EU sagt, so nah am Motto, was willst du mit den Europäern eigentlich, aber kein Mensch fragt nach, was noch in diesem Interview gesagt wurde, nämlich, dass die Amerikaner insgesamt 5 Milliarden Dollar in die Ukraine gesteckt haben für Stabilisierungsmaßnahmen. Wieso stellt niemand diese Frage? Wieso stürzen wir uns nur auf dieses Zitat? Und warum ist in dem Bericht der UNO nichts drin von den Massengräbern aus der Ukraine, und zwar vom Osten der Ukraine, die von den Kiew-Truppen quasi kontrolliert worden sind? Warum nicht? Und wieso können die Amerikaner punktgenau syrische Ölraffinerien torpedieren und bombardieren, aber sie sind nicht in der Lage, die Stellungen der ISIS zu bombardieren, obwohl die tagelang am gleichen Ort stecken? Wieso stellt die Zeit die Frage, schaffen das die Amerikaner? So ein Anbiederungscover hatten die vor kurzem in der Zeit drin, so nach dem Motto, wow toll, die Amerikaner mit ihrem Military, die werden uns bestimmt retten, ja, mit ihrer NATO. Und dann die größte Frage, welcher Vollpfosten hat der NATO 586.865 Likes gegeben auf Facebook? Was wird da eigentlich geliked, wenn ich fragen darf? Das Logo, die Kriegshetze gegen Russland, die coolen Uniformen, die Auftragsbeschaffung für die Rüstungsindustrie, der thermonukleare Weltkrieg, der Bündnisfall, was wird da geliked? Wer macht denn so einen Blödsinn? Und natürlich die Masterfrage an sich, wieso gibt es eigentlich Krieg? Das ist übrigens die größte Atombomben-Explosion, die jemals gemacht wurde, das war die Bombe Zar in Sibirien, irgendwann mal 56 Megatonnen. Interessanterweise wussten die Forscher damals noch nicht, ob sie nicht zufällig die ganze Atmosphäre damit in Brand stecken. Die haben gedacht, no risk, no fun, lass es uns einfach mal ausprobieren. Das sind die Fragen, die wir uns eigentlich permanent stellen müssen und die ich mir auch permanent stelle im Endeffekt. Und es gibt Antworten auf diese Fragen, nur sind die halt im Endeffekt nicht immer so ganz einfach. Es gibt auch genügend Ansätze und Erklärungen für die Fragen, aber immer dann, wenn in der Öffentlichkeit solche Themen angesprochen werden, dann kommt schon ganz reflexartig die Reaktion, ach das ist doch wieder so eine Verschwörungstheorie. Kennt ihr alle, das habt ihr bestimmt auch im persönlichen Umfeld schon mal mitgekriegt. Was ist eigentlich ein Verschwörungstheoretiker? Das ist ein abwertendes Etikett, dass jemand angehängt wird, um ihn als geistesgestört darzustellen. Das ist eine Taktik, die von der heutigen Gedankenpolizei angewendet wird, wenn gefordert wird, halt du dich da raus. Dieser abschätzige Begriff soll alle die herabwürdigen, die der offiziellen Story mit Skepsis gegenüberstehen. Und deswegen sind die eigentlichen Verschwörungstheoretiker keine Theoretiker, sondern sind Skeptiker. Sie sind skeptisch gegenüber dem, was ihnen die Regierung erzählt, was die Pharmakonzerne erzählen, dass sie nur das Gute wollen für uns. Die sind skeptisch gegenüber der Lebensmittelindustrie, dass nur die guten Sachen in den Lebensmitteln drin sind. Menschen, die diese offizielle Stories eben mit Skepsis begegnen, die, Quatsch, diejenigen, die sagen, ja das passt schon alles, die sind nicht nur ein bisschen einfältig, sondern die sind auch ein bisschen dumm, ganz ehrlich. Es gibt verschiedene Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Leute solche Informationen nicht annehmen. Ich habe mit dem Oliver Janich in dem Interview lange über das geredet, der hat da in seinem Buch die Vereinigten Staaten von Europa einen langen Passus drin, da geht es um kognitive Dissonanz, um Angst vor sozialer Isolation und so weiter. Aber es ist auch ein Zeichen von mentaler Retardierung, ganz einfach, wenn man sich diesen Fakten nicht stellen möchte. Und Skeptiker, die haben sich im Endeffekt herausgestellt, dass das im Endeffekt ein Zeichen von höherer Intelligenz und Weisheit ist auch. Ich will euch jetzt nicht hier Lob hudeln und den Teppich ausrollen, aber ihr seid die Elite im Endeffekt. Nicht nur, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, hier mitten nach Hinterarschbarkenwalde. Das ist, ohne es abwerten zu wollen, für die, die von hier sind, das ist hier ein Zentrum der Revolution und der Aufklärung. Das ist wichtig, dass wir da hingehen. Und es hat sich ja eben oft herausgestellt, dass die Skeptiker im Endeffekt von der Geschichte belohnt worden sind, weil sich ja so wie bei dem Irak 2003 herausgestellt hat, das waren alles Lügen. Also eigentlich müsste es heißen, nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsanalyst, Conspiracy Analyst. Wir analysieren historische und politische Hintergrundfakten, also nichts mit Verschwörungstheorien. Und ein großer Kritikpunkt, der natürlich da einmal drin ist, das Ganze ist natürlich, ja, das dient alles zur Panikmache. Kennt ihr ja alle, ne? Beaker habt ihr alle noch von der Muppet Show in Erinnerung, ja? Und dass Verschwörungstheorien deswegen die Leute verängstigen und dass Angst kontraproduktiv ist. Ich bin da vollkommen anderer Meinung. Angst ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung. Zum Beispiel, wenn ihr euch irgendwo im Dschungel verlaufen habt und ihr seht, wie eine Gruppe von Hyänen gerade ein anderes Tier zerfleischt. Eure eigene Angst sorgt dafür, dass ihr weglauft. Angst ist ein gutes Ding. Und wenn wir ehrlich sind, Regierungen haben im letzten Jahrhundert insgesamt 260 Millionen ihrer eigenen Bürger ermordet. Und deswegen machen wir diejenigen große Sorgen, die keine Angst vor denen haben. Regierungen sind die Nummer eins unter den unnatürlichen menschlichen Todesursachen. Das muss uns mal klar sein. Sie sind der Hauptgrund für weltweit menschliches Leid. Und ich kann mir nichts vorstellen, vor dem man mehr Angst haben sollte. Und wenn Menschen durch solche schockierenden Dokumentationen oder durch Vorträge über die Gräueltaten und Lügen von Regierungen zum Ergebnis kommen, dass Regierungen wirklich unfassbar schrecklich sind, dass sie gewalttätig sind und bösartige Institutionen sind, dann ist das nicht nur eine gute Sache, sondern dann ist es das Wichtigste überhaupt. Die Menschen sollten Angst vor Regierungen haben. Die töten Menschen. Und auch der größte Antiverschwörungstheoretiker sollte dazu eigentlich in der Lage sein, das zu verstehen. Und der beste Beweis dafür, für diese kurzen Gedanken, die ich euch jetzt gerade gesagt habe, waren die letzten zwölf Monate. Nämlich der Konflikt mit der Ukraine. Ihr habt das alles mitbekommen, ja. 1914, nie wieder Krieg. Oh mein Gott, das war so schrecklich. 1945, nie wieder Krieg. Und 2014, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Wieso wird denn jetzt zum großen Sturm auf die Ukraine getrommelt? Und das hat damit zu tun, dass natürlich in den 90er Jahren die Welt massiv vom Frieden bedroht war. Ohne Ende. Und das haben die Amerikaner ganz schnell erkannt, dass dagegen was getan werden muss. Und es gab einen Herrn, der spukt schon seit 40 Jahren in der Außenpolitik der Amerikaner rum. Ich weiß gar nicht, also es ist noch ein Mensch, ja, aber ich weiß nicht, wer da drin steckt, wirklich. Spikniew Brzezinski war beim Kater schon außen im, was weiß ich, Berater oder irgendwie so. Und der hat gesagt, die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt. Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien um spannendes Reich zu werden. Das hat er 1997 in seinem Buch geschrieben, The Great Chessboard, das große Schachbrett. Und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was da drüben passiert ist in der letzten Zeit. Letzten November hat der damalige Präsident, ich wechsle uns so schnell, Janukowitsch, Janukowitsch hieß er, hat gesagt, Moment, dieses Assoziierungsabkommen mit der EU, das ist ein bisschen eine Sackgasse. Der IWF ist ja schließlich keine Caritas, was da passiert, wenn wir uns der EU anschließen. Da gibt es ein paar gute Beispiele, Portugal, Spanien, Frankreich und so weiter. Also das sind Länder, die alle super profitieren von diesen ganzen Europäisierungsmaßnahmen. Und die haben gesagt, jetzt müssen wir erstmal darüber nachdenken, warum denn nur die EU und nicht auch mit Russland. Und im Endeffekt haben dann unsere Politiker maßgeblich dafür gesorgt, dass diese ganze Situation weiter eskaliert ist. Ihr erinnert euch, die Demonstrationen sind so langsam aufgegangen oder so losgegangen. Die Menschen, die in der Ukraine schon immer von diesem Orchigarchensystem gelitten haben darunter, die sind natürlich auf die Straße gegangen, weil sie unzufrieden waren. Die hatten einen berechtigten Grund zur Klage. Und das hat man natürlich ausgenutzt mit diesen ganzen NGOs, die die CIA die letzten Jahre mit massiv Geld unterstützt hat. Man bringt die Fahnen rein, die Flacken, die ganze Ausrüstung, man macht mediale Propaganda und so weiter. Und dann kam der Moment, als Putin den ganzen Tag im Joggingsanzug in Sochi rumgerannt ist. Da war die ideale Position und die ideale Zeit, also hat man da die Situation eskaliert. Es floss Blut. Ihr erinnert euch, die Scharfschützen auf dem Maidan. 80 bis 100 Menschen sind getötet worden und relativ schnell war klar, dass diese Scharfschützen von einer Seite auf beide Konfliktparteien geschossen haben. Sowohl was die Truppen von Yanukovic angeht, als auch die Demonstranten. Aber was passiert natürlich, wenn Menschen sterben? Die Wut des Volkes geht hoch. So wie bei 9-11 auch. Es wird zornig, das Volk. Es schreit nach Rache. Und die Veränderungen gehen natürlich dann ganz schnell. Und was hat man gemacht? Es war ein klassischer Putsch. Die jetzige aktuelle Regierung mit Yasenjuk wurde von den Amerikanern klassisch geputscht. Das ist ein Putsch gewesen. Jeder, der sich mit Putschen auskennt, der weiß, das war ein klassisches CIA-Handbook-Verfahren. Punkt. Und wenn wir mal anschauen, mit wem unsere Herrschaften da drüben kollabieren, kollaborieren, freudsche Versprecher, auch nett, ja. Mr. Steinmeier, massiv beteiligt an diesen Umsturzmaßnahmen, hat überhaupt kein Problem damit, dass die Leute, mit denen der an den Tisch gesessen ist, mit denen der verhandelt hat, die er in die Regierung gebracht hat, im Endeffekt Nazis sind. Die Svoboda-Partei ist im Endeffekt ein komplett faschistischer Haufen. Und das wird dann in unseren Medien als freiwilligen Bataillone von politisch schwierigen Spektren bezeichnet. Das ZDF hat auch überhaupt kein Problem, diese verfassungsfeindlichen Symbole in der Öffentlichkeit darzustellen. Ich mache das aus journalistischen Gründen, deswegen ist das juristisch erlaubt, zur Dokumentation. BGB, Artikel, so und so. Und der hier posiert vor diesen ganzen Symbolen. Das da ist die Wolfsangel, die berühmte Wolfsangel, von diesen Kampfgruppen im Osten der Ukraine eingesetzt oder getragen. Und erst vor kurzem hier am 8. September die SS-Runen am Helm von diesen freiwilligen Bataillonen und natürlich dann auch dementsprechend. Und das muss man wissen, dass die Ukraine im Endeffekt gerade der Osten, der eher zu Europa zugeordnet ist, immer schon auf Seiten der Nazis gekämpft hat. Damals im Zweiten Weltkrieg schon. Ich bin geschichtlich nicht der absolute Profi für dieses Thema, aber ich empfehle auch ein anderes Interview, das wir gemacht haben mit Peter Heisenko. Das ist dieser Lufthansa-Kapitän, der diesen Artikel geschrieben hat über den Abschuss der MH17, kommen wir nachher nochmal gleich drauf, der, dessen Vater kommt aus der Ukraine, hat da geschichtlich Verbindungen zu mit. Und wir haben im Interview weit darüber gesprochen, dass quasi die Ukraine in dieser Form eigentlich gar nicht so lange existiert. Das war schon immer ein Kunstprodukt, so wie die Tschechoslowakei damals. Zwei fremde Völker, die ineinander gepackt worden sind, politisch gewollt. Und was ist passiert? Wir haben die Tschechei, wir haben Slowakei. Und genauso ist es in der Ukraine, dass es eigentlich ein Volk gibt, das mehr europäisch orientiert ist und dann ein Volk gibt, das mehr nach Osten sich orientiert, nämlich die ganze Ostukraine. Die sprechen da auch Russisch. Das sind Russen im Endeffekt, die fühlen sich wie Russisch. Deswegen haben ja auch die Leute auf der Krim gesagt, ja, wir machen das. Wenn Kiew sagt, wir dürfen nicht mehr Russisch sprechen, wenn Kiew will, dass wir unsere Muttersprache hergeben, wenn diese faschistischen Horten in unser Land einfallen, dann machen wir nicht mit. Und seitdem hören wir nur noch Annexion, völkerrechtswidrig. Das Beste war ja der Kerry selber, dass man sagt, man fällt nicht in andere Länder ein, aufgrund von falschen Behauptungen. Das hat das Wort Ironie auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und seitdem werden wir bombardiert im Endeffekt mit medialen Kampagnen, die uns permanent Russland als den Buhmann verkaufen. Könnt ihr euch erinnern, der Phantomkonvoi. Ein Phantom, also ein Konvoi von russischen Panzereinheiten hat die ukrainische Grenze überquert und die ukrainischen Einheiten waren so gut, dass sie die komplett pulverisiert haben, weil keiner, weder die Ukrainer noch die Russen noch sonst irgendein amerikanischer Aufklärungssatellit war in der Lage, auch nur einen Fetzen von denen zu finden. Nichts. So effektiv sind die ukrainischen Truppen. Und die ganzen russischen Invasionstruppen, es war ja im Sommer jede Woche irgendetwas Neues. Oder dieser böse Hilfskonvoi. Lebensmittel und Decken. Also jetzt aber wirklich. Dieser böse Ivan, was sich der alles noch ausdenkt und seitenweise wurde da Dünnsches produziert in den Massenmedien. Mir wurde schlecht vom Lesen dabei. Eigentlich ist das, was letztes Jahr passiert ist, ein Glücksfall für Leute wie uns oder für Menschen wie mich, die sich dem Thema annähern. Ich bin gar nicht mehr mitgekommen mit dem Aufschreiben von diesen ganzen Lügen. Worüber wir hier seit zehn Jahren oder noch länger sprechen, wurde im Endeffekt dieses letzte zwölf Monate par excellence bewiesen. Also wenn heute noch jemand irgendwie Zweifel hat daran, dass die Massenmedien im Endeffekt eine kontrollierte Einheit sind, dem ist nicht mehr zu helfen einfach. Eins der wirklich genialsten Beispiele war, ich glaube das war im Frühling sogar, im April, Mai, so die Ecke. Es ging darum, dass, ich lasse die Frau Miosga erstmal selber zu Wort kommen. 23 Millionen Euro, neues Studio, geil. Heute im Studio, Karin Miosga. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn wir zuletzt aus der Ostukraine berichtet haben, dann standen meist die im Fokus, die sich vermummt und schwer bewaffnet abspalten wollen von Kiew. Heute wurde eindrucksvoll deutlich, das muss nicht die Meinung der Mehrheit sein. Unsere Tagesthemen. Tausende Menschen in der Ostukraine folgen dem Aufruf des Milliardärs Achmetow und protestieren gegen die Separatisten auch mit einem Autokorso. Heute passierte in der Ostukraine etwas Überraschendes, zumindest etwas Unerwartetes. Diese Leute im Stadion von Schachtor Donetsk, die schwenkten ihre Fahnen nicht für ihren Fußballverein, sondern für eine vereinte Ukraine. Dominierten bisher die Bilder der schwarz vermummten Separatisten mit der Kalaschnikow im Anschlag, so waren heute zehntausende Menschen zusammengekommen, um gegen diese prorussischen Milizen zu demonstrieren, nachdem dieser Mann die Massen zusammengetrommelt hatte. Der milliardenschwere Oligarch Rina Dachmetow, der größte Arbeitgeber im Osten des Landes, rief all seine Angestellten heute zu friedlichen Protesten gegen die Separatisten auf und er vermochte damit etwas, woran kaum einer mehr so recht zu glauben gewagt hatte, massenhaft erhoben Männer und Frauen, die bisher geschwiegen hatten, heute ihre Stimme gegen die Spaltung ihres Landes. Udo Lilischkis. Ein Autokonvoi, lautes Hupen in Donetsk heute Mittag, friedlicher Protest gegen die prorussischen Separatisten und ihre bewaffneten Anhänger. Aufgerufen dazu hatte der reichste Oligarch der Ukraine. In einem Video hatte Renat Dachmetow den neuen, selbsternannten Herrschern in Donetsk zum ersten Mal offenen Widerstand angekündigt. Die Leute haben genug davon, in Angst zu leben, Terror zu erleben, auf der Straße beschossen zu werden. Im Donbass laufen jetzt Leute mit Maschinenpistos. Bla 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 bla. Was an dem Tag aber wirklich passiert ist, das haben ein paar Leute mit der Handykamera aufgenommen, die sind da in dieses Stadion reingegangen und was man dann gesehen hat, diese zehntausenden von Demonstranten, die da drin waren, das waren in Wirklichkeit ungefähr 300 350 leute die in einem einzigen block von diesem stadion gesessen hatten da waren fast mehr kameraleute da wie demonstranten also man hat damit geschickter bildauswahl und perspektive den eindruck vermittelt dass da die ganzen ränge voll sind und quasi die ukraine wie ein vereintes volk hinter den oligarchen sitzt der als diese leute sind nicht durch ehrliche arbeit ehrliche arbeit an das geld gekommen das sind eigentlich verbrecher das sind hoch höchst kriminelle leute diese oligarchen dieses volk ausgepresst haben über viele jahrzehnte und die hat man jetzt wieder an diese positionen gesteckt obwohl man doch eigentlich den oligarch janukowitsch zum teufel jagen wollte und das frage ich mich jetzt wie kann denn das sein dass hochintellektuelle journalisten von der aad die alle studiert haben magna cum laude summa cum laude was weiß ich wer in dieses studio von der aad seine füße stellen will der muss die besten noten haben und wahrscheinlich den am meisten verbogenen moralischen kompass weil jeder der an internetanschluss hat und eine festplatte die einigermaßen formatiert ist im kopf muss doch erkennen dass das eine lüge ist und die müssen doch auch erkennen dass wir das erkennen danach was denken die denn da dabei halten die uns für blöd halten die uns für zu dumm dass wir das nicht kapieren oder ist es denen einfach egal oder was noch viel wahrscheinlicher ist die haben die blanke panik die stehen mit dem rücken an der wand und versuchen uns mit solchen simpel mit solchen grotesken lügen und manipulationen in die richtige richtung zu drängen um dann aber von den wirklich wirklich schwierigen dingen und katastrophalen dingen in osten der ukraine abzulenken und auch wenn das kein schönes thema ist wir müssen darüber sprechen dass im osten der ukraine ein genozid stattfindet von faschistischen mordenden horden die über die bevölkerung in der ukraine im osten der ukraine herfallen weil die sich geistig mehr nach russland sehnen dieser uralte generationenlange hass auf den osten der ukraine von diesen faschisten entlädt sich jetzt in diesen ganzen aktionen und davon dürfen wir nichts erfahren deswegen heißt es auch nicht ost ukrainische bürgerwehr sondern pro russische separatisten und terroristen phosforbomben sind nach der genfer oder hager landkriegsordnung geächtete kriegswaffen die sind nicht erlaubt es gibt ein paar länder die das einsetzen irgendwo unten im gaza streifen habe ich gehört dass das mal passiert aber auch hier im osten der ukraine oder solche bilder die immer und immer und immer wieder passieren im osten der ukraine das sehen wir nicht oder ich möchte daran erinnern an den zweiten mai in odessa da gab es eine friedliche kundgebung von ost ukrainischen bürgern an einem zeltlager 1500 quatsch also ein paar hundert menschen ältere menschen familien ganz normale leute und ein fußballspiel das an diesem tag stattgefunden hat Sehr viele hooligans sehr viel brutale leute da ist eine sehr gewalttätige hooligan szene in ukraine die wurden von von bezahlten agitatoren quasi zu diesem gewerkschaftshaus geführt um so richtig auf diese demonstranten einzuknüppeln also die haben richtig jack gemacht auf die mit baseball schlägern und anderen waffen und diese friedlichen bürger die im endeffekt nichts erwartet haben in der richtung haben gedacht okay wir wir retten uns in dieses gewerkschaftshaus hinein Und das war der große fehler das war eine falle Insgesamt sind an diesem tag ungefähr 100 bis 140 menschen getötet worden Und in unseren medien war das eine randnotiz und die beschreibung war dann ungefähr so wie es ist ein feuer ausgebrochen Das ist wie wenn da hinten der wald brennt so nach motto am gestrigen samstag ist ein feuer ausgebrochen die feuerwehr von march ist ausgerückt mit drei Einheiten der brand hat 14 stunden gebrannt es waren 200 leute im einsatz die ursache ist noch nicht geklärt das war im endeffekt der tenor in allen zeitungen Man hat nicht darüber geschrieben dass diese menschen zu tode geprügelt worden sind die frau ist nämlich nicht verbrannt die wurde erschlagen hochschwanger Und die anderen 100 menschen die da drin sind denen ging es genauso hinterher nachdem man die erschlagen hatte wurden die mit benzin übergossen und angezündet damit Man diese spuren nicht mehr sieht und in unseren medien ist ein feuer ausgebrochen Seine schande das ist eine schande dass unsere medien sich so etwas hin lassen und diese ganze mediale Aufkochen oder weitere eskalierung von diesem thema hat natürlich ihren glorreichen höhepunkt gehabt am 17 Juli Als der flug mh 17 der malaysischen airline von amsterdam schiefohl kommend nach kuala lumpur Plötzlich über der ukraine Abgestürzt ist ich habe anruf gekriegt an dem tag sag ich hast gehört mh 370 ist wieder aufgetaucht ich so was Ja es ist in der ukraine runtergefallen sei es kann ja nicht sein Was ist passiert an diesem tag Also wir haben viel gesprochen frank hat ein tolles interview wolfgang eckert gemacht ich hatte den peter heisenko bei mir im studio Gibt viele leute die darüber gesprochen haben und zwar von anfang an mehr als merkwürdig was da wirklich passiert ist die eine der legitimen fragen Es zum beispiel warum ist an diesem tag dieser flug 200 kilometer weiter nördlich Geflogen und nicht so wie die anderen linien flüge vorher Das ist ja ein scheduled flight also sprich ein flug der jeden tag stattfindet amsterdam kuala lumpur Malaysian airline und die ganzen flüge in den tagen zuvor sind alle in einem gebiet gewesen die viel weiter südlich waren und an diesem tag kurz nach eintritt der luftverkehrskontrolle von der ukraine wurde dieser flug weiter nach norden geschickt und auch noch von der flugfläche nach unten gesetzt Also sprich die mussten von einer höheren flug ebene weiter nach unten fliegen Und die tonband aufzeichnungen Der fluglotsen gespräche mit der besatzung wurden bis heute nicht veröffentlicht hat der ukrainische geheimdienst innerhalb von stunden konfisziert und bis heute nicht herausgegeben Und dann in den ersten tagen danach Da da das 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 war unglaublich was da alles passiert ist da gab es diese berühmte szene mit diesen mit diesen kämpfer der ost ukrainischen bürgerwehr Der hat den anwesenden journalisten etwas zeigen wollen nämlich so nach mal guck mal her was diese verbrecher gemacht haben und in der bild zeitung war die große schlagzäule rebellen verhöhnen die opfer Die gringe werden geklaut looting the victims und der holländische Außenminister oder ministerpräsident irgendein hochrangiger holländische politiker war in der uno gesessen und hat darüber noch gesprochen was dafür Sachen kommen also man hat wieder mit emotionen Stimmung gemacht meinung gemacht und Dieses bild was da was man wirklich gesehen hat der mann hat es gezeigt dieses stoff tierchen Hat es den leuten gezeigt sondern man da seht ihr was die gemacht haben die haben kinder umgebracht diese verbrecher und wir wollen dass die ganze welt sieht was diese verbrecher gemacht haben Dann hat er den teddy bear hingelegt oder den affen oder was das ist und hat die mütze abgenommen und hat sich bekreuzigt Und war sichtlich emotional gerührt Das wurde übrigens in zdf die anstalt vor kurzem auch thematisiert ja Christian von wagner und max uthoff wie sie es gemacht haben ja mit dieser persiflage auf das ganze müsst euch unbedingt anschauen ja so nach motto ja gut in diesem fall reicht uns Dann das standbild so nach motto ja brauchen wir kein video dazu und Wenn wir uns die Forensischen fakten von diesem flug einmal etwas genauer anschauen dann stellen wir nämlich fest dass die these von diesem abschuss mit einer Bodenluftrakete seitens der ost ukrainischen bürgerwehr so nicht sein kann Das ist eben von verschiedenen experten auch entdeckt worden das ist ein segment des cockpits von dem flugzeug und zwar von der linken seite wo der kapitän sitzt und es gibt fotos mit viel größeren auflösungen mit viel besserer darstellung wo man sehen kann dass Nicht kleinste teile kleine metallsplitter die bei der explosion von seiner boden luftrakete entstehen sondern dass es wirklich kreisrunde Einschusslöcher gibt wo das metall nach innen gebogen ist und noch erstaunlicher ist dass es das auf beiden also das quasi einschuss und austrittslöcher zu erkennen sind Man hat wirklich sehr viele spuren gefunden dass ein Militärflugzeug dieses flugzeug absichtlich vom himmel geholt hat in kombination mit anderen Gegebenheiten luft luft raketen und so weiter wolfgang eckert frank höfer drei stunden interview hausaufgabe Unbedingt ja ganz wichtig ja Und ja was ist passiert also die teile waren noch gar nicht ganz ausgeglüht wie beim 11 september war dann schon osama bin laden und seine 19 räuber die der schuldige so war es auch putin Man hat hier eine auswahl der internationalen titel fotos Von dem was da passiert ist die schuld zu weisung war eindeutig russland Mithilfe der pro russischen rebellen und terroristen hat den flug mh 17 vom himmel geholt Niemand hat die frage gestellt warum haben die das gemacht Weil der einzige der wirklich von so einem unglück profitieren würde wären diese faschisten in kiew und nicht russland Warum sollte russland das machen die russen war natürlich ganz cool und haben da ganz Ganz langsam agiert so nach motto ihr spielt monopoli wir spielen schach Hier eines meiner lieblings fotos eine bitter böse karikatur in der london times putin mit seiner neuesten trophäe Und das macht natürlich stimmung Das ist natürlich etwas was die leute dann quasi wie soll ich sagen Putin ist der böse putin ist der böse ich habe interessanterweise vor kurzem zwei ukrainerinnen getroffen Die eine kommt aus dem osten und die anderen aus dem westen und beide wirklich Komplett konträre meinungen ja je nachdem in welchem politischen spektrum man sich einfach befindet Und unsere knalltüten unsere politiker wie diese knalltüte rasmussen Diese diese emotionale sprengstoff hat nichts anderes zu tun wie permanent neue truppen zu fordern NATO manöver im osten von europa zu organisieren und ständig auf die kriegstrommel zu drücken Kann das irgendjemand erklären warum das passiert warum ein vernünftig denkender mensch so etwas machen sollte es gab eine tolle talkrunde bei illner Maybrit illner da hat david precht wie heißt der noch david dingsbums precht Richard david precht Ja so heißt er glaube ich ja der hat folgendes gesagt Jetzigen reaktion des westens da wird von dem neuen feind gesprochen es wird davon gesprochen herr precht dass wir Wieder zurückgekehrt sind in eine zeit der abschreckung Wie sieht ihre einschätzung aus also die rhetorische mobilmachung Die wir von der nato erfahren haben in form dieser knalltüte von anders vor krass mussten sie dürfen das nicht sagen als parlamentspräsident aber ich denke wir sind uns einig Ja dass wir dass diese rhetorische aufrüstung die da erfolgt ist ist natürlich gefährlich weil rhetorische brandstifterei häufig der anfang zu umfassenderer Brandstifterei ist das gleiche gilt für teile der medien das gilt für den spiegel der stoppt putin jetzt titelt nach dem abschuss dieses Flugzeuges von dem wir bis heute nicht wissen wer es abgeschossen hat und es merkwürdig ruhig drum geworden ist Auf dieser grundlage haben wir dann angefangen mit wirtschaftssanktionen ja nach dem abschuss eines flugzeuges von dem wir nicht wissen wer es ist Die wirtschaftssanktionen haben nach der krim begonnen Nee die haben richtig wirklich gegriffen dass man meinte dass man richtig was machen muss nach dem flugzeugabstürz Also die wirtschaftssanktionen würde ich auch gerne kommentieren natürlich wäre das schön wenn man mit hilfe der wirtschaftssanktionen ein erfolgreiches druckmittel hätte ich bin aber wesentlich skeptischer als sie seit 50 jahren gibt es eine wirtschaftsblockade von kuba eine kleine zuckerinsel und da sind die castros immer noch an der macht ein russischer präsident der aufgrund von wirtschaftssanktionen nachgeben würde wäre nicht mehr lange russischer präsident das wird nichts anderes machen als den trotz der russen enorm zu forcieren und deswegen glaube ich ich würde mir wünscht es würde klappen wir haben wirtschaftssanktionen gegen den iran wir haben das mullah regime dadurch nicht in die knie gezwungen wir hatten wirtschaftssanktionen gegen saddam hussein haben auch nichts genützt ich glaube nicht entfernt dass diese wirtschaftssanktionen mehr sind als folklore ja schlauer mensch richard david precht man sollte seine bücher lesen einer der sich getraut hat öffentlich darüber zu sprechen wie im endeffekt im krieg die sprache voran marschiert und es gibt menschen die die nehmen diese ganzen vokabularien in unsere medien um uns damit in eine politische richtung zu drängen und es gibt leute die sagen schergen ja es gab eine nachrichtensendung der hat wirklich schergen gesagt in der art putins schergen natürlich was sonst und das erste opfer im krieg so schreibt die zeit sei immer die wahrheit aber das stimmt gar nicht nicht die wahrheit ist das erste opfer sondern das erste opfer im krieg ist immer der gesunde menschenverstand wehen die fahnen begibt sich der gesunde menschen begibt sich der verstand in die trompete tolles zitat und sprache wird in einem maße zur waffe dass sie bald nur noch als karikatur erkennbar ist die leitmedien verbiegen sie um die öffentlichkeit von ihrer sicht der dinge zu überzeugen und das ist nicht schwer zu durchschauen denn wer in zeitungsartikeln und fernsehbeiträgen täglich mit begriffen wie schergen despot faschist oder postfaschist bombardiert wird der fühlt sich auch über kurz oder lang in ein absurdes theaterstück versetzt in dem durch schamlose übertreibung versucht wird eine botschaft rüber zu bringen dem mitdenkenden publikum aber gleichzeitig signalisiert wird dass das ganze natürlich eine farce ist und je ernster die sprecher klingen und je häufiger die kommentatoren von schlechtern und massakern und völkermord und puren faschismus schwärmen desto unwirklicher wird die szenerie begriffe werden übernommen ohne ihren wirklichen sinn zu hinterfragen hauptsache ein superlativ hauptsache das größte kaliber wumms ja das sind unsere massenmedien und wenn wir aber ein bisschen so rumschauen in unserer landschaft dann scheint sich so ein bisschen was zu tun nehmen wir doch mal die letzten wahlen die wir hatten das vorläufige amtliche endergebnis der landtagswahl in sachsen 2014 afd wow jetzt sind sie alle panisch wegen der afd aber wenn man das jetzt mal bereinigt nimmt und zwar um die nicht wähler bereinigt nimmt dann ist die gruppe der nicht wähler eigentlich die stärkste fraktion in diesem land so sieht eine wahl wirklich aus oder wenn wir die letzten wahlen anschauen das war jetzt gerade im ich glaube august september ich habe das war vor kurzem erst wisst ihr ja noch ja und wenn wir hier die zahlen mal genau anschauen landtagswahl in thüringen 47 prozent die partei der nicht wähler bräuchte man keine koalition machen könnte man sofort regieren oder eben auch die landtagswahl in brandenburg 50 prozent alles warum ist denn das so naja weil die menschen einfach die schnauze voll haben von diesen politkaspern die uns permanent davon erzählen sollen dass es eine tolle sache ist dass wir in den krieg fahren dieser mensch der erst dann in den politischen widerstand in der ddr gegangen ist als es nichts mehr zu verlieren gab der erzählt uns jetzt auf der mündner sicherheitskonferenz eine lobby veranstaltung von rüstungsunternehmen dass es wichtig ist dass man flagge zeigen muss man muss zur seite stehen es kann auch mal opfer geben ja ja senil im alter ja wie hat einer geschrieben der senile oder der sedierte opa aus bellevue genau ja warum hat der man eigentlich stundenlang seine stasi akte einsehen dürfen ohne aufsicht als oberbeauftragter der der gaug stasi behörde es war sogar nach ihm benannt fragen über fragen und es gibt manchmal kleine lichtblicke von menschen die auch in diesem system sind die sich trauen dagegen etwas zu sagen und eine davon ist eine frau die mir sehr imponiert hat eine abgeordnete der linken die in einer der diskussionen um diese ganze kriegshysterie und so weiter es gewagt hat die grünen abgeordnete Göring-Eckardt zu kritisieren ihr name Sevin Dagdelem Frau Kollegin Göring-Eckardt Ihre Rede erinnert mich jetzt gerade an den großen Denker und Dichter Berthold Brecht der einmal treffend formuliert hatte wer die Wahrheit nicht weiß der ist bloß ein Dummkopf aber wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt der ist ein Verbrecher und es entsetzt mich ich bin wirklich schockiert darüber dass sie hier dass sie hier die Behauptung aufstellen dass mit den geringen Ergebnissen für die Kandidaten der Svoboda oder des rechten Sektors das Problem des Neofaschismus das Problem des Antisemitismus in der Ukraine sich erledigt hätte und sie wissen ganz klar dass das nicht stimmt es gibt drei Minister in der Regierung in Kiew der Ukraine die ganz klar Mitglied der neofaschistischen Partei Svoboda sind es gibt einen Minister der Svoboda nah ist und es gibt einen Minister der von uns zu einer neofaschistischen Organisation kommt das heißt eigentlich sind es fünf Minister die in dieser Regierung sind und der rechte Sektor kontrolliert weiterhin den ukrainischen Sicherheitsapparat und sie vergessen zu sprechen davon dass der Kandidat der extrem rechten Partei genannt radikale Partei Oleg Jasko über acht Prozent 1,5 Millionen über 1,5 Millionen Stimmen bei dieser sogenannten Wahl bekommen hat und dann sprechen sie von diesen Wahlen dann sprechen sie von diesen Wahlen ohne darauf auch mal einmal hinzuweisen was das für Wahlen unter Kriegsmständen gewesen sind Kandidatinnen und Kandidaten zum Beispiel von Boratba oder der KP in der Ukraine oder viele andere haben ihre Kandidatoren zurückgezogen weil sie von diesen Faschisten bedroht worden sind oder der Kandidat der Partei der Regionen der während seiner Kandidatur unter Hausarrest gestellt worden ist wie kann man da eigentlich von freien fairen Wahlen sprechen frage ich sie und ich bin wirklich entsetzt darüber wie hier die Faschisten die Antisemiten verharmlost werden und bin entsetzt über diesen Tabubruch dieser deutschen Außenpolitik die von ihnen Frau Kollegin mitgetragen wird das ist wirklich schändlich jawohl und Frau Göring-Eckardt ist danach aufgestanden und hat gesagt Frau Göring-Eckardt hat das Wort zu ergeben Sie meinen wohl mich? ja also die Grünen die auch schon länger in Olivgrün unterwegs sind die sich von einer Friedenspartei zu einer der Kriegsparteien entwickelt haben unter Joschka Fischer übrigens den ersten Angriffskrieg nach dem zweiten Weltkrieg im damaligen Jugoslawien gibt es ja auch irgendwo ein Buch über die Lügen von dem Ganzen ja die hat ein bisschen bei der Wagenknecht abgeschaut habt ihr das gesehen die macht auch immer so diesen hier das ist ein kleiner Lichtblick und dieser kleine Lichtblick der setzt sich auch fort seit vielen Monaten schon seit Anfang des Jahres gibt es bundesweit eigentlich auch im ganzen deutschsprachigen Raum Deutschland Österreich Schweiz mittlerweile über 100 Städte die sogenannte Mahnwachen organisieren Mahnwachen sind im Endeffekt Menschen die auf die Straße gehen die protestieren die ihren Unmut kundtun und das ist eine sehr sehr große Bewegung die natürlich auch anhand fehlender finanzieller Ressourcen immer noch so graswurzelmäßig ist also wenn da mal irgendein ein Gönner ein paar Millionen reinstecken würde wäre ich sehr dankbar wenn sie den Veranstaltern ein bisschen was überweisen können weil die machen das im Endeffekt alles aus mit Herzblut mit ehrenamtlichem Engagement und ohne dafür irgendwas zu kriegen bundesweit und da artikuliert sich unser Unmut im Endeffekt über die Massenmedien und was tun die Massenmedien im Endeffekt sie versuchen alles um diese Bürgerbewegung um diese gerechtfertigte Bürgerbewegung in eine Ecke zu schieben es gibt ein fantastisches Interview von einer Frau deren Namen ich jetzt verdrängt habe bei Dreisat Kulturzeit könnt ihr euch erinnern wie hieß die nochmal? Ja das ist die Moderatorin aber die Jutta Dittford ich danke dem aufmerksamen Publikum Jutta Dittford saß bei Kulturzeit und hat namentlich Leute verunglimpft wie zum Beispiel den Ken Jebsen oder den Jürgen Elsässer und andere und hat die also wirklich in den rechtesten in den braunsten Rand gestellt dass das quasi Neo-Rechte sind ich wusste gar nicht dass es gibt eine rechtsesoterische Bewegung gibt es da in Deutschland ja ich wusste gar nicht dass es gibt ja ich bin Teil einer Bewegung weiß gar nicht wie sie heißt seit Jahren das war mir überhaupt nicht klar die wird jetzt aber mit einer Klage überzogen und ruft dann auf ihrem Facebook Aufruf auf ja wenn jemand Beweise dafür hätte was ich gesagt habe wäre es toll weil ich muss jetzt vor Gericht also es war nicht so clever was sie gemacht hat ja und mit dem Elsässer sollte man sich auch nicht anleben das ist ein schlauer Kopf das hätte sie sich vorher überlegen sollen also was ganz klar wird ist einfach wir haben hier einen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung und das ist wichtig dass wir das erkennen dass wir an einer Zeitenwende stehen im Endeffekt wo wir sagen können ja es tut sich da etwas es gibt wirklich einen Unmut in der Bevölkerung der wie soll ich sagen jetzt so richtig rauskommt und trotzdem gibt es immer noch so viele in eurer Familie in eurem Bekanntenkreis in eurem Arbeitsumfeld und so weiter die sagen ja aber das kann ich nicht glauben das gibt es doch gar nicht das wo sind denn die Beweise dafür das kann doch nicht sein dass eine Medienlandschaft so gesteuert ist und ich sage doch das gibt es und zwar vielfältige Sachen das ist so viel dass wir wochenendeweise nicht fertig werden wenn wir darüber sprechen und eins was ich gefunden habe das habe ich auch schon vor einigen Jahren mal gezeigt hier das sind nämlich sogenannte geheime Signalfotos in der Presse wo habe ich mit Journalisten auch schon darüber diskutiert auch mit dem Janik habe ich darüber gestritten so nein das kann nicht sein und so weiter schaut euch die Bilder einfach mal an und zwar ist die These ich habe das auch in einem Buch von hier mal rausgeschnappt dass über geheime Signalgesten gewisse Botschaften über ganz unauffällige Medien transportiert werden zum Beispiel das Okay-Zeichen bedeutet meine Pläne verlaufen so wie es ausgemacht ist oder ganz besonders wichtige kriegen das doppelte Okay-Zeichen dann gibt es die Hand im Spiel den Fingerzeig die Faust und dann gibt es noch diese Sache hier weiß ich aber nicht was es ist das kann ich nicht sagen was es ist aber das ist bestimmt kein Zufall dass die das immer macht und es gibt sehr viele andere von diesen Dingen wo ich nicht weiß was genau der Hintergrund ist ich bin ja schließlich kein Hochgrad Freimaurer der da irgendwie Schulungen kriegt aber es gibt ein Zeichen und das hat eine ganz genaue Botschaft das ist ein ganz genau definiertes Signal und zwar ist das die Hand am Hals oder an der Krawatte das bedeutet ich der Freimaurer Logenbruder oder sonstige Eingeweihte befinde mich in einer akuten Notsituation bitte liebe Brüder und sonstige Wissende helft mir von eurer Position aus so gut ihr könnt das ist eine Botschaft an die Staatsanwälte an die Chefredakteure an die Leitartikler an die Kommentatoren an die Moderatoren und an alle diejenigen die die öffentliche Meinung mehr oder weniger beeinflussen und es gibt ich habe eine Reihe von Beispielen raus geholt zum Beispiel Mr. Wenning der war mal Chef des Konzerns Bayer kennt ihr ja Pharmakonzern da gab es vor einigen Jahren einen großen Skandal in Amerika mit dem Medikament Lipo-Buy Lipo-Buy war ein Herzmedikament wo über 100 Menschen sind deswegen gestorben und es gab eine riesen Kampagne der Aktien kurz rutscht ab und so weiter nachdem dieses Foto veröffentlicht worden ist habe ich dieses Thema nie wieder gesehen oder Mr. Bunga Bunga Silvio Berlusconi das war von 2003 dieses Bild ja übrigens den habe ich so oft gefunden in diesen Richtungen der hat sich ja immer wieder hat der seinen Hals aus der Schlinge gezogen momentan muss er glaube ich Bettpfannen putzen oder so habe ich gehört ja ich weiß auch nicht bin mir nicht sicher ob der das dann auch wirklich macht ja wir haben sie doch verknackt dann endgültig ja das ist ein ganz tolles Foto das habe ich mal gefunden hat damit jetzt nichts zu tun aber ich dachte mir es passt ganz gut hier rein ja Mr. Kenneth Lay war Chef CEO oder Chairman des amerikanischen Energieriesen Enron und das war derjenige der diese geniale Idee hatte Verluste als Gewinne zu verbuchen es war ein fantastisches Geschäftsmodell in Amerika es haben viele kopiert bis es endlich aufgefallen ist er ist dann aber doch irgendwann aufgeflogen er kam dann auch ins Gefängnis aber dieses Foto wurde eben auch veröffentlicht von ihm um den ganzen Skandal nicht weiter hoch zu kochen und dann noch einen Menschen der meines Erachtens auch Hochachtung verdient weil was er in dem letzten Jahr erzählt hat im Bundestag verdient auch Hut ab Chapeau aber er kam immer wieder mal unter Stasi Verdacht und dann wurde dieses Bild veröffentlicht disappeared Mr. Medon Mr. Flughafen damals noch Bahnchef ging es um irgendwelche Spitzelvorwürfe und so weiter das Thema tauchte in der Bild-Zeitung auf am nächsten Tag ist das wieder weg genauso sein Gegenspieler von der GDL da gab es irgendwas auch da ist es verschwunden für die Wiener von euch den kennt ihr auch noch der Gusenbauer ich weiß nicht mehr um was es damals ging auf jeden Fall immer wenn dieses Zeichen irgendwo auftaucht so wie hier zum Beispiel als Peter Harz in Brasilien Firmen Gelder in einem Bordell versenkt hat oder anderswo da war das Thema dann wieder uninteressant interessant ist hier zum Beispiel diese zwei Masken die im Hintergrund sind ja ich weiß nicht was das ist aber gerade in der Ritualsymbolik in diesen ganzen sinisteren Logen Geschichten und Tempel Ritualen tauchen Masken immer irgendwo auf also wer da eine Idee hat kann es mir gerne mailen oder mal zustecken die Info im Jahr 2007 ja ist der ehemalige Ministerpräsident von Israel unter massiven Korruptionsverdacht gekommen er konnte sich dann noch ein Jahr lang im Sattel halten aber ein Jahr später als er dann hingeworfen hatte kam dieses Foto und das bedeutet okay der ist jetzt weg aber macht da keine große Sache draus ja bitte keine bösen Leitartikel nicht hinterher treten lass das Thema einfach im Nachrichtenticker versanden oder wie zum Beispiel Mister ich versenke mal drei Milliarden Steuergelder in Österreich der kam am gleichen Tag zweimal in den deutschen Medien einmal auf der Bild-Zeitung und einmal auf der Süddeutschen eigentlich müsste der den Rest seines Lebens Bettpfannen putzen oder Steine klopfen drei Milliarden teilt diese Summe mal geteilt durch Kindergärten Bibliotheken und Krankenhäuser was da für eine Zahl rauskommt ja oder Mister Hoeneß der berühmteste Bewohner von Landsberg zur Zeit ging es darum dass er mit den Haftbedingungen nicht so ganz einverstanden war und was ist Sache er hat er hat 3,8 Millionen Steuern hinterzogen am ersten Prozestag am zweiten Tag waren es 14 Millionen am dritten Tag waren es 28 Millionen und ich kenne jemanden von der Steuerfahndung und die hat zu mir gesagt also es gibt Leute in Landsberg die sitzen ein wegen viel weniger Geld für viel viel länger okay also da wirken auch gewisse Seilschaften und ganz besonders interessant ist das das Foto von ihm ja ich habe in Katar keine Sklaven gesehen da läuft niemand mit Eisenkugeln rum ja dann haben sie ihm auf die Finger geklopft dann dürfte er nicht ins Endstadion von Maracaná fahren aber sogar an zwei verschiedenen Gelegenheiten habe ich dieses Foto gesehen da geht es um die Korruptionsvorwürfe von der FIFA und nichts passiert mehr übrigens die FIFA so nebenbei ist eigentlich wie eine Besatzungsarmee die alle vier Jahre über ein Land herfällt ja und dann alles ausbeutet vom Moment der Vergabe der Spiele bis zum Abschluss müssen die keine Steuern zahlen in diesem Land das läuft alles unter Schweizerischen Steuerrecht und da werden die nach wie ein allgemeingültiger Verein versteuert die haben im letzten Jahr einen Reingewinn von 1,5 Milliarden Franken gehabt und haben 28 Millionen Franken Steuern bezahlt das ist wie die werden versteuert wie ein Brieftaubenzüchterverein das ist unglaublich ja und vor kurzem gab es auch wieder einen Skandal aber das Thema lassen wir weg Weltmeisterschaft war zwar toll mein Vorsatz die WM zu boykottieren wurde von Brasilien im Halbfinale zunichte gemacht ja und meine verwutgeballte Faust ist dann hochgesprungen und der Schürrle läuft vor und der Ball kommt gut und Götze zieht und Tor Tor ja und jetzt jetzt muss ich wieder hoffen dass die in die EM kommen also was soll der Scheiß ja aber zurück zum Thema es gab es gab doch einen Herrn der vor kurzem per SMS so eine kleine Überweisung gemacht hat nachdem er mit dem Gericht einen Deal vereinbart hatte 100 Millionen aus der Portokasse dann ist der Korruptionsverwurf weg und ich habe keine großen Schlagzeilen gelesen und das war das einzige was ich gefunden habe ich glaube das war im Fokus oder im Stern und interessanterweise hier steht unten etwas dran und zwar dass sich der Formel 1 Chef nicht mit vielen Millionen freikaufen darf meinen 75 Prozent sondern jetzt Farbenlehre was ist grün freie Fahrt ist in Ordnung ist gut Daumen hoch warum nimmt der Redakteur hier bei diesem Kreis eine grüne Farbe weil wir das Wort nicht gar nicht lesen eigentlich unser Wort nicht hören wir gar nicht ich darf mein Buch nicht vergessen zack habe ich es daheim liegen lassen heute ja wir müssen uns anders programmieren ich muss mein Buch mitnehmen und hier müsste stehen dass es falsch war dass er sich freikaufen darf oder das komme ich jetzt gerade nicht mehr rein in diesen Gedanken ihr versteht was ich meine ja hier wurde mit der Farbe schon symbolisiert dass das gar nicht so schlimm ist wenn einer von uns Steuern hinterzieht fährt er ein Knast und wenn einer reich ist dann passiert das alles und das sind eben keine keine Fantasien von Verschwörungsgläubigen sondern das sind reale Tatsachen ihr könnt es selbst überprüfen eine Hand an der Krawatte oder am Hals und das Thema verschwindet aus dem Nachrichtenticker ich habe jahrelang diese Fotos gesammelt und so weiter also das sind Fakten im Endeffekt ja und ich möchte hier ein Zitat bringen von Thomas Jefferson der hat mal gesagt ich betrachte die große Masse meiner Landsleute wirklich mit tiefem Mitleid sie lesen die Zeitungen und leben und sterben in dem Glauben sie hätten etwas von dem erfahren was zu ihren Lebzeiten auf der Welt geschah und das könnt ihr mal googeln wann Thomas Jefferson gelebt hat der ist schon lange tot ja das ist lange her und im Endeffekt haben wir diese Massen Vernichtungswaffen the Weapons of Mass Deception ja dass man uns mit diesen medialen Bomben permanent versorgt damit wir auch wirklich freiwillig in den Krieg laufen können oder die BBC Repeat After Me British Brainwashing Channel ich habe ein Zitat gefunden von Ernest Bevin der war der britische Außenminister und der hat am 10. Februar 1946 auf der Außenministerkonferenz nach dem zweiten Weltkrieg gesagt A Newspaper hat drei Dinge zu tun One is to amuse another is to entertain and the rest is to mislead und das heißt auf Deutsch eine Zeitung hat drei Dinge zu tun eins ist zu amüsieren zu unterhalten und der Rest ist in die Irre zu führen that's the point und das müssen wir verstehen dass unsere so hochgelobten Massenmedien die wir alle finanzieren das ganze Jahr über mit unseren Rundfunkgebühren dass die uns kollektiv in die Irre führen wir werden kollektiv verarscht und ich frage mich mein ganzes Leben lang schon warum so viele Menschen wie die Lemminge einfach freiwillig in den Untergang laufen ich habe keine hundertprozentig befriedigenden Erklärungen aber ich habe etwas gefunden was sehr gut reinpasst zu diesem Thema nämlich die sogenannten Konformitätsexperimente von Solomon Esch das war ein Verhaltensforscher ein Psychologe aus Amerika der in den 50er Jahren Experimente gemacht hat und zwar ging es darum man hat eine Klasse mit Probanden genommen und hat denen die Aufgabe gestellt welcher dieser drei Linien A, B und C hat die gleiche Länge wie der Strich auf der linken Seite und ich bin mir sicher selbst wenn Grundschüler hier anwesend wären 99% von euch würden sagen es ist die Linie C das eine Prozent ist der mit der 8 Dioptrien der es nicht richtig gesehen hat also alle würden sagen das ist die Linie C jetzt gibt es aber die Situation dass nur ein einziger Teilnehmer in dieser Klasse von diesen 30 Probanden nicht wusste um was es wirklich geht und die ganzen anderen Teilnehmer wurden vom Versuchsleiter instruiert nicht die Wahrheit zu sagen und die haben entweder A oder B genannt also sprich nur ein einziger von diesem Experiment hat wirklich versucht die Wahrheit herauszufinden die anderen haben absichtlich gelogen und was war das Ergebnis von diesem Experiment ein sehr großer Prozent Teil der Versuchsteilnehmer hat sich der Mehrheit der Meinungen angeschlossen der Mehrheitsmeinungen angeschlossen über 75% das sind unterbewusste Mechanismen die da laufen und das ist die Angst vor sozialer Isolation der Mensch als Gruppenwesen quasi der nur in der Gemeinschaft sicher überleben kann vielleicht kommt es von unseren Wurzeln von unserer Entstehung her also man muss immer die Meinung der Gruppe haben um nicht ausgeschlossen zu sein denn Gemeinschaft heißt Leben so steckt es in unseren Genen das ist vielleicht eines dieser Gründe warum die Leute sagen ja das kann ich nicht glauben aber wenn alle anderen ich denke schon da muss doch was dran sein aber der von der Heute-Schau hat das gesagt der von den Tagesthemen im Süddeutschen stand es drin die Bild ist es auch und ich kann doch alleine nicht was anderes behaupten das geht doch nicht dieses Experiment hat mich wirklich ein bisschen weitergebracht in dem Gedanken und dann gab es aber noch ein wichtiges Experiment das sogenannte Milgram Experiment ich weiß jetzt nicht mehr genau wann der Mann gelebt hat auf jeden Fall war das auch ein Verhaltensexperiment die amerikanische die Leute das gemacht haben haben so ein Public Announcement gemacht wir zahlen ihnen 4 Dollar für eine Stunde ihrer Zeit wir brauchen eine quasi naja Aufmerksamkeitsübung oder halt einfach so eine Übung und die Übung bestand daraus dass eine Versuchsperson L vor einem vor einer Tastatur stand mit verschiedenen Knöpfen und der Versuchsleiter hat dieser Person gesagt er muss die einzelnen Knöpfe drücken und diese einzelnen Knöpfe waren verbunden mit einer Stromleitung und dann eine zweite Versuchsperson die hinter einer Wand saß die haben sich also nicht gesehen nur gehört hat diese Versuchsperson dieser anderen Person Stromschräge verreicht quasi verabreicht und es ging so weit von 10 Volt 20, 30, 50, 300, 450, 500 Volt tödliche Stromstöße Ergebnis von diesem Experiment normalerweise würde man denken naja so ein 10 Volt Stromschlag das hat der vielleicht noch mitbekommen aber diese Probanden auch wieder ein sehr großer Anteil davon war wirklich in der Lage die Tasten hier zu drücken um tödliche Stromstöße zu verabreichen die haben natürlich niemand getötet das war natürlich gefakt also nicht echt der hat natürlich nur so getan als würde er schreien aber es ist dabei herausgekommen dass aufgrund der Anweisungen einer Autorität wirklich sehr viele Menschen obwohl die die Leute nie kennen kennengelernt haben keine Beziehung zu ihnen haben sagen ja ok der hat es gesagt das ist alles in Ordnung ich drücke da drauf der andere stirbt aber das ist ja nicht mein Problem ok das gibt es und das ist wichtig daraus was lernen wir daraus Menschen begehen unmoralische Handlungen wenn eine Autorität es quasi anordnet und das erste Opfer neben dem gesunden Menschenverstand ist nicht die Wahrheit sondern eben auch die Moral die Moral geht flöten wenn ein Krieg passiert ich war ja lange beim Militär selber ich habe das mitgekriegt wie diese ganzen Typen quasi mehr oder weniger denken oder nicht denken ich habe das nicht geschafft ich hatte immer dieses große Schild gesehen an der Wache bitte Gehirn beim Wachhabenden abgeben ja das habe ich jeden Tag gelesen als ich in die Kaserne bin irgendwann habe ich es dann aufgegeben aber ich habe ein tolles Zitat gefunden ich weiß leider nicht mehr von wem das war und es geht in die Richtung es mag durchaus sein dass die heutige Welt von einer debilen Bande gezüchteter Wahnsinniger regiert wird vor denen fürchte ich mich allerdings nicht ich fürchte mich vor den indoktrinierten Massen die mich auf der Stelle erschießen würden gebe man ihnen nur den richtigen Befehl ich fürchte mich vor der Herde von wohlmeinenden Idioten die glauben dass geschriebene Gesetze und Autoritäten um jeden Preis befolgt werden müssen selbst auf Kosten offensichtlicher Moralität Zitat Ende und es sind genau diese nützlichen Idioten die blind sind von der Realität die eben für ihren eigenen Vorteil kämpfen Geld, Rang, Prestige, Macht, Berühmtheit es gibt viele Gründe warum die Menschen ihre Seele verkaufen schaut sie doch nur mal an diese seelenlosen Zombies die da drin hocken bei Maischberger und Plassberg und will wie sie alle heißen was erzählen die uns denn alles? eine Geschichte nach der anderen wir sollen im Endeffekt blind gemacht werden vor der Wahrheit und ich habe da hier ein Zitat von Brecht gefunden und zwar in der Stimme und Gegenstimme kennt ihr bestimmt auch alle das ist von Ivo Sasek die Publikation die immer wieder rauskommt ich habe es vorhin gerade noch umstrichen ne es war gar nicht von Brecht sondern es war von Pulitzer das passt auch ganz gut hierher es gibt kein Verbrechen keinen Kniff keinen Trick keinen Schwindel keinen Laster die nicht von Geheimhaltung leben bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht beschreibt sie macht sie vor allen Augen lächerlich und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen Bekanntmachung allein genügt nicht allein genügt vielleicht nicht aber es ist das einzige Mittel ohne das alle anderen versagen Josef Pulitzer nach dem ist er auch dieser berühmte Journalistenpreis benannt das ist das Gebot der Stunde dass wir diese Informationen weiter verbreiten dass wir diese Informationen aufdecken und dass wir diese Informationen den Menschen zur Verfügung stellen und dabei gibt es aber einen wichtigen Punkt ihr dürft euch dabei selber nicht verlieren man kann ganz schnell ganz tief in den Kaninchenbau einsteigen und das habe ich gemacht ich bin in dem letzten Jahr ganz tief im Kaninchenbau gesessen und das ging damit los dass ich im Endeffekt zwei Diagnosen bekommen habe das eine ist HSP also ich leide an HSP das kennen jetzt die wenigsten Leute das heißt so viel wie High Sensitive Person oder auf Deutsch auch mehr oder weniger hochsensible Personen also das sind diejenigen die permanent am justieren sind von Lärm, Staub, Hitze, Kälte wenn sie bei HSP in Wikipedia nachschlagen steht bestimmt mein Bild da dran also es ist es ist ein Albtraum man steht sich selber im Weg Freunde von mir waren drei Monate in Indien unterwegs ich würde am ersten Tag umfallen ja zu laut zu heiß zu stinkig ich ertrage das nicht entweder ist es zu kalt oder es ist zu heiß also ganz feine Filter man hört zum Beispiel es ist ein Pain in the Ass für meine Menschen in meinem Umfeld es ist wirklich ein Pain in the Ass zum Beispiel ich fahre im Winter in einem Auto mit wir steigen ein ins Auto wir fahren los es ist kalt offensichtlich bin ich der einzige der friert ich sitze hinten ich sage bitte könnt ihr mal die Heizung anmachen ja ok wuff wuff volle Pulle drei Minuten später es ist angenehm warm vier Minuten später es wird langsam heiß fünf Minuten später ich fühle mich wie in der Sauna ich sage ok das reicht jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen runter drehen wo ist es jetzt bald versteht ihr so ein Mensch also zwischen 24 und 28 Grad plus das ist die ideale Temperatur darunter ist es unangenehm kalt darüber ist es zu heiß mein Bruder liegt sich in der Sommerliege am Strand und schläft ich habe fünf Kissen eins für den Nacken eins für den Rücken eins für die Knien für die Fersen vielleicht noch für die Ellbogen naja muss nicht sein man muss auch Abstriche machen können ja also es geht in diese Richtung dass man quasi sehr 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 empfindlich ist für Stäube und Lärm und Temperatur und Menschenmengen die vor einem sitzen also sehr sehr schwierig das ganze aber es hat auch den Vorteil dass ich Dinge wahrnehme lange bevor es andere Menschen machen ich höre ein Tier schreien und kann es retten ich höre irgendwo knistert etwas und da brennt ein Feuer ich rieche Gummi verbrannten Gummi wenn irgendein Gerät gleich explodiert bevor andere das überhaupt wahrnehmen und ich spüre Unrecht lange bevor andere das tun gerade in der emotionalen Ebene und diese diese Diagnose die ich bekommen habe das war natürlich eine eigene Diagnose die ich von einem Buch hatte die ist natürlich auch wichtig um das andere zu verstehen was mir passiert ist nämlich dass es eine äußerst schwierige Geschichte war als bei mir im letzten Jahr diese Diagnose verpasst hat und das ist toll wenn man auf amerikanisches Eishockey steht die National Hockey League ja aber nicht wenn man dann heißt Non-Hodgkin-Lymphom und ich muss gestehen ich habe lange gebraucht um zu kapieren was das überhaupt heißt also ich hatte da so ein Problem Anfang des Jahres also es sind geschwollene Lymphknoten und ich war dann natürlich gut vernetzt ich kenne mich ja aus ich bin ja ein Regen zuhause ich habe viele Heilpraktiker an der Hand das mache ich alles alternativ kein Problem ein Heilpraktiker zwei Heilpraktiker der dritte, der vierte, der fünfte ein Schamane ein Alchemist ein Fremdseelenablösungsseminar Koloideales Silber Koloideales Gold Koringa Blätter Goji Bären alles was der Kopfverlag im Sortiment hat und alles andere noch Amulette Bio-Photonen-Kristalle alles und nichts davon hat funktioniert gar nichts und da war ich dann wirklich auch etwas pisst muss ich sagen so nach dem Motto jetzt stehe ich hier ich arme Tor und bin so klug als nie zuvor ja ich dachte mir das wir sind schon so weit aber so einfach ist es eben nicht und ich habe lange überlegt so was ich jetzt mache und dann hieß es ja wir müssen das eine Freilegung machen Diagnose und so weiter nichts wird geschnitten das macht man nicht im Leben das darf nicht sein aber es wurde immer schlimmer und ich habe mich dann doch zu dem Schritt entschlossen dass man dann quasi einen dieser Lymphknoten entfernt hat gar nicht schlimm drei Tage Krankenhaus war jetzt kein großer Akt war zwar unangenehm aber dann war die Diagnose ganz eindeutig Follikuläres Non-Hodgkin-Lymphom der B-Zell-Reihe Grad 1 bis 2 das ist wie so ein 11. September Moment das vergisst man nie und der Arzt der das zu mir gesagt hat also die haben da was aber damit wären sie 87 Jahre alt sie sehen mich nie wieder und da dachte ich mir das ist eine tolle Sache bin nach Hause gegangen meiner Frau erzählt und die war etwas schockiert und hat mir dann ein paar Tage später nach ein bisschen Recherche im Internet gesagt dass das eigentlich die Diagnose für Lymphdrüsenkrebs ist und das ist dann so letzten Sommer in mich hineingesickert so nach dem Motto okay was heißt das jetzt und ich war derjenige der am allerlautesten geschrien hat von allen so Chemo mache ich niemals weil ich habe hier vor über 10 Jahren den Helmut Pilar schon gehört Dr. Hamer und so weiter und so fort ich kenne mich aus ich bin dann auch zu einer Heilpraktikerin gegangen die sich mit Dr. Hamer sehr gut auskennt die von ihm geschult worden ist und so weiter und war ein tolles Gespräch und die Quintessenz aus dem Gespräch war im Endeffekt ich befinde mich schon in der Lösungsphase Konfliktphase fünf biologischen Naturgesetze und ich muss es nur noch ausstehen das dauert jetzt genauso lang wie es gekommen ist so lange geht es auch weg das ist immer super der Hamer hat recht leider war es nicht so es wurde immer mehr es wurde immer schmerzhafter also ein Lymphknot ist in der Regel so einen Zentimeter vielleicht im Durchmesser ab zwei, drei Zentimeter fängt man an sie zu merken ab vier Zentimeter tut es wirklich weh und meine waren so groß wie Golfbälle und zwar recht viele also was tut man dann in so einem Fall und ich habe mit vielen Menschen gesprochen auch unter euch und Freunde bekannte Ärzte meines Vertrauens und so weiter und ich habe mit zwei wichtigen Ärzten gesprochen das eine ist ein Naturmediziner am Bodensee äh am Tegernsee der hat mir etwas gesagt und dann eine Freundin eine Bekannte von mir die vor zehn Jahren Medizin studiert hat und jetzt Allgemeinmedizinerin ist sie arbeitet in Bad Aibling in einer Klinik und sie hat zu mir gesagt jetzt pass mal auf diejenigen die gesagt haben mit deiner Diagnose ich mache das alles alternativ von denen lebt keiner mehr und diejenigen die die Chemo gemacht haben die sind heute alle noch da und dann dachte ich mir scheiße und was mache ich jetzt und dieser eine Naturmediziner der Dr. Henn am Tegernsee der hat zu mir gesagt also er macht jetzt seit 25 Jahren Naturmedizin er ist Allgemeinmediziner aber mit alternativen Heilverfahren und an meiner Situation würde er genau das machen was ich mir überlegt hatte und zwar war das eine ganz witzige Geschichte den Thomas Kretschmer kennt er ja auch der war ja letztes Jahr auch hier ihm ging es auch nicht so gut der hat mir einen Tipp gegeben für ein Präparat und ich habe recherchiert für dieses Präparat ob das was wäre und bin in Bad Aibling in einer Klinik aufgetaucht oder habe es Telefonnummer habe angerufen hallo ich habe das und das Problem ja kommen sie morgen vorbei und dieser Arzt hat dann zu mir gesagt ja dieses Präparat ist noch nicht so weit aber an ihrer Stelle bleibt ihnen nichts anderes übrig Chemo da war ich natürlich dann in dem Moment auch etwas geschockt weil das ist genau das was ich nie machen wollte mein Vater starb an Leberkrebs eigentlich an Chemo mein Schwiegervater Leukämie Chemo in der eigenen Familie drei Krebsfälle momentan viel Chemo also ist dann das jetzt wirklich das soll das mein Weg sein soll ich das jetzt wirklich machen und warum ist mir das jetzt passiert ich war doch bis jetzt immer gesund habe ich mich zu tief in diese Materie hineinbegeben den Kaninchenbau aufgesucht und bin nicht mehr rausgekommen oder waren es jetzt vielleicht andere Dinge und eins der großen Dinge worüber ich endlich auch frei sprechen kann war ganz bestimmt meine Arbeit und zwar nicht die Arbeit hier als Redner als Journalist sondern die Arbeit dort vom Oktober 2005 bis bis vor kurzem war ich angestellt am Flughafen München und zwar dort war mein Arbeitsplatz die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München und ich war zuständig am Anfang als Luftsicherheitsbeauftragter Personen- und Gepäckkontrolle am Flughafen München Sie wisst schon this is not allowed in the hand luggage bin relativ schnell die Leiter hochgefallen also bin dann Modulmanager geworden und habe da die letzten acht Jahre gearbeitet neun Jahre und davon sechs Jahre in Vollzeit Frühschicht, Spätschicht im Wechsel vier Uhr morgens Dienstbeginn es war also oft so dass ich hier am Sonntag gefahren bin und am nächsten Morgen dann irgendwo an so einer Flugkontrollstelle aufgelaufen bin und habe dann im Endeffekt alle möglichen Sachen erlebt 100.000 Passagiere am Tag ihr könnt euch nicht vorstellen was es da alles zu erleben gibt ich könnte das ganze Wochenende nur über das reden ich hatte einen Chinesen vor mir der hatte eine Schildkröte in der Hosentasche drin so eine kleine Schildkröte und ein anderer Chinese hatte frisch gehacktes Hühnchen frisch geschlachtetes Hühnchen im Tetra-Park drin Alufelgen Autobatterien und 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 ich habe Sachen erlebt über ein paar Kleinigkeiten sind mir jetzt gerade gestern eingefallen könnt ihr euch erinnern an dieses unaussprechliche Wort diesen da war vier Tage lang Schicht im Schacht wir hatten echt einen lockeren Dienst wir sind da zum Dienst gegangen sind keine Flüge abgehoben und dann habe ich die Leute gesehen die da gestrandet sind vier Tage saßen die am Flughafen München fest und denen ging es noch gut das war der öffentliche Bereich aber es gab welche die hatten kein Visa die durften also nicht aus dem Terminalgebäude raus und die waren dann in so in so Hallen drin so Spezialhallen die für den Israelverkehr vorgesehen sind unglaublich oder vielleicht der ein oder andere erinnert sich noch Sicherheitsalarm legt Münchner Flughafen lahm Großsperrung am Münchner Flughafen Münchner Flughafen war Fehlalarm Laptop Vorfall riesen Sicherheitspanne am Flughafen ich war damals im Dienst ich war da im Dienst und vor meiner Tür standen 10.000 Menschen die rein wollten ich dachte ich bin hier echt in einem Film was passiert denn hier das gibt es doch gar nicht ich muss dazu etwas sagen diese Nummer die war ich will jetzt da nichts internes erzählen das macht man nicht man tritt nicht nach und ich erkläre noch gleich etwas über das Ding aber der Mann der hier rechts sitzt alter Geschäftsführer der hat zu mir gesagt dass er in der Nacht um 11 Anruf gekriegt hat vom Regierungspräsident mit der Maßgabe am nächsten Morgen 38 Punktenplan vorzulegen dass das nie wieder vorkommt ja da sind sehr viele Leute sehr nervös geworden aber das war halt eins dieser Dinge die passiert wenn diese Sicherheitsmaßnahmen so eskalieren so quasi übertrieben werden und das ist aber etwas ganz wichtig bevor ihr jetzt den Eindruck bekommt dass ich hier schlecht rede nur drüber Airport Sicherheit Flughafen Sicherheit wird im Englischen in zwei Begriffe unterscheiden das eine ist Airport Safety und das andere ist Airport Security das Wort Safety ist in dem Moment im Zusammenhang mit allem was das Flugzeug mechanisch beschädigen könnte das ist ein hochkomplexes Gerät besteht aus Millionen Einzelteilen das ist sehr komplex das muss gewartet werden es gibt gewisse Dinge die darf man da nicht machen ihr glaubt nicht was die Leute alles mitnehmen krassestes Beispiel ein Jäger aus Südafrika Großwildjäger kam zurück und hatte in seiner Thermoskanne konzentrierte Schwefelsäure drin er wollte nämlich das Geweih von dem Bock den er geschossen hatte zu Hause bleichen ein Kollege hat das im Reisegepäck gefunden hat sich dabei die Hand verätzt wenn das Ding ausgelaufen wäre im Flugzeug wäre das durch diesen dünnen Aluminiumrumpf durchgeflossen hätte das Flugzeug zum Absturz gebracht also Airport Safety ist eine super super Sache und ich würde niemals in ein Flugzeug einsteigen ohne dass es diese Leute gibt wie mich und alle anderen ehemaligen Kollegen die das machen das ist eine tolle Sache und jedes Mal wenn ihr beim nächsten Mal in einen Flieger einsteigt solltet ihr dafür denken ja das ist wichtig und das ist gut so dass es das gibt natürlich gibt es dann auch wieder Leute die das 80-90 Prozent der Menschen sind nett und gut und die machen das alles auch richtig und menschlich und dann gibt es natürlich auch diejenigen die das Ganze etwas schwieriger gestalten mein Schwiegervater Gott hab ihn selig hat immer gesagt die Anzahl der Arschlöcher ist gleich verteilt im Leben ja also egal wo man hinkommt man trifft halt auch immer irgendwie schwierige Menschen diejenigen die eher mit Maschinen arbeiten sollten die sollten halt nicht in so einem sensiblen Bereich arbeiten ja das müsst ihr bedenken das ist aber nur eine kleine Anzahl das sind tolle Menschen die da arbeiten und ich habe das sehr genossen da zu arbeiten was aber das Ganze extrem schwierig gemacht hat für mich persönlich auch war der Begriff Security ich bin ja lange nach dem 11. September da habe ich da angefangen und damals waren die Sicherheitsmaßnahmen 2005 schon relativ streng also es geht schon versucht man 180 Kilo Amerikaner zu kontrollieren Körperkontrolle da wisst ihr was ihr tut wenn der nicht so durch die Schleuse geht sondern so durch die Schleuse durchkommt ja schwitzig stinkend und du musst den anfassen und so weiter das ist nicht einfach aber das kann man alles handeln man kann sich an alles gewöhnen was wirklich schwierig geworden ist und das hat euch bestimmt auch auch schon mal betroffen dass am 6. August 2006 angeblich irgendwelche Terroristen in England ein Flüssigbombenattentat geplant hatten technisch ist das überhaupt gar nicht machbar gewesen weil selbst wenn man flüssige Sprengstoffe mischt braucht man dazu eine Laborausrüstung man braucht gewisse Zeit mindestens 14 Stunden um das ganze reaktionsfähig zu bringen die einzelnen Komponenten und dann muss man das filtern und abtrocknen also wie soll das jetzt gehen also der Terrorist nimmt seinen Kinderwagen das in Wirklichkeit ein getarntes Mini-Labor ist dann geht er damit auf die Flugzeugtoilette schließt sich für 14 Stunden ein um dann den Sprengstoff aufzukochen zu filtern und dann zu trocknen wie soll das gehen und ich wusste aber sofort dass damals als das passiert ist da kommt jetzt bestimmt die nächste Eskalationsstufe und das ist dabei rausgekommen Liquids in the Hand Luggage seit November 2006 müssen alle Passagiere ihre Flüssigkeiten in einem wiederverschließbaren Plastikbeutel mit Ziploc verbringen maximal 1 Liter Fassungsvermögen maximal 10 Gewinde auch 100 Milliliter bla 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 ich habe das 10 Millionen Mal erzählt diesen Spruch ja und das ist überhaupt es gibt ergibt keinen Sinn das ist nur Schikane da gibt es überhaupt keinen erkennbaren Sicherheitsgewinn und das versuchen Sie mal irgendeinem Generaldirektor von einer Firma mit 3000 Menschen zu erklären der da gerade an der First Class steht und diese ganze Regulierung die beruht auf einer Lüge die jeder geschluckt hat und alle die sich dran und alle halten sich eben dran diesen Unsinn umzusetzen und das müssen diese Kontrollkräfte machen das ist eigentlich wirklich ein Verbrechen was man diesen Menschen antut dass sie so etwas umsetzen müssen das ist Unsinn und das noch als Sinn zu verkaufen und nicht nur das sondern man schmeißt ja dann auch sehr viel weg also jeden Tag schmeißt man ja nicht nur Flüssigkeiten weg sondern Nutella Marmelade Honig Senf alles was nicht im Endeffekt staubt wird weggeschmissen und jeden Tag alleine in München 1000 Kilogramm ich habe das mal hochgerechnet das sind seit November 2006 sind es 2897 Tonnen so viele Tage sind es nämlich und zusammen mit Frankfurt alleine sind es alleine 10.000 Tonnen Abfall die für sehr viel Geld entsorgt werden müssen für absoluten Unsinn vielleicht kann das mal jemand und auf ganz Europa oder die Welt hochrechnen wie viele eigentlich mittlerweile verschwendet worden ist und das war mein Tag täglich Brut und jeder dieser Diensttage für mich als Vorgesetzten hat so ausgesehen dass ich an dem Tag mehr Konflikte hatte wie jeder von euch in einem Monat oder vielleicht einem ganzen Jahr ich als HSP als HSP hoch 3 der immer ganz friedliebend und sehr emotional und so weiter war gezwungen den besoffenen Russen ihren Wodka abzunehmen oder irgend andere Dinge zu machen und das hat mich im Endeffekt gebrochen ich bin dadurch krank geworden es hat mich emotional dermaßen aufgerieben dass ich wahrscheinlich mit verschiedenen anderen Faktoren zusammen daraufhin dann im Endeffekt krank geworden bin und das war ein wichtiger Erkenntnisprozess um zu sagen okay warum wird man eigentlich krank der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht heißt es immer und ich habe ein paar mal gebrochen es war nicht einfach aber ihr seht ich bin da ihr seht es hat funktioniert und jetzt bin ich hier quasi vom Saulus zum Paulus geworden gerade auch in so einer exponierten Position und ich möchte euch unbedingt erzählen was ich da wirklich gemacht habe ich war natürlich dann im ersten Moment so Klinik und da ist man immer so bei diesen Metzgern und das ist irgendwie ich will das auch nicht so wirklich ich habe da Sachen erlebt auch von ein paar Chefonkologen besucht oder Hallo Herr Stein Sie werden nie wieder gesund Puff solche Geschichten und so weiter also es gibt wirklich keine tollen Ärzte aber ich habe ein paar wirklich tolle gefunden und der eine ist der Dr. Dauers in Bad Aibling in der St. Georgs Klinik der hat ein Spezialverfahren entwickelt erstens mal ist diese Klinik recht klein nur 45 Zimmer sieht eher aus wie so ein Wohnheim so ein bisschen mehr Ferienlagermäßig und da habe ich eine Chemotherapie gemacht das nennt sich insulinpotenzierte Chemotherapie also das bedeutet man bekommt Insulin gespritzt und das senkt den Blutzuckerspiegel drastisch man wird dann gestochen alle paar Minuten um zu gucken wie weit der Pegel runter sinkt und im Moment des tiefsten Insulins also der Stand ist man fängt schon an zu zittern irgendwie so wow Unterzucker im Extrem wow was ist das in dem Moment werden die Zytostatika verabreicht also die Chemopräparate und das hat folgenden Grund in dem Moment wenn der Körper Unterzucker hat schreit jede Zelle im Körper gib mir gib mir gib mir Nahrung ich habe Hunger ich kann ohne Zucker nicht leben die guten als auch die entarteten Zellen und in dem Moment ist die Aufnahmefähigkeit der einzelnen Zellen um ein Vielfaches größer das heißt die Wirkungsweise dieser Zytostatika wird erhöht bei gleichzeitiger Reduzierung der Nebenwirkungen weil man nicht mehr so viel braucht hinzu kommt dass das Präparat an sich eher so ein Fiat Bambino war und kein Ferrari also sprich auch die Art und welchen welchen Wirkstoff ich da bekommen habe der war schon etwas ganz anders das war beim ersten Mal so beim zweiten Mal zwei Wochen später habe ich ein Verfahren bekommen da ist die Klinik in Bad Aibling eben spezialisiert das nennt sich Ganzkörperhyperthermie das ist ein wirklich sehr sehr erfolgreiches Verfahren das weltweit anerkannt ist aber natürlich nicht von den Pharma Lobbyisten da kommen Menschen aus der ganzen Welt in diese Klinik da gibt es am Eingang so eine Weltkarte wo Menschen so mit einer Nadel hinstecken wo sie herkommen weltweit wirklich ja klar natürlich Australien, Amerika, Europa die meisten in Afrika haben wenig Leute Geld für so etwas und da wird man in ein Bett gelegt und sediert also sprich unter Narkose gesetzt für sechs Stunden und die Körpertemperatur wird auf 41,5 Grad Fieber angehoben das ist ein harter Ritt man kriegt zwar nichts mit aber es ist tough und in dem Moment wenn dann die Zytostatika verabreicht werden wirken die wiederum um ein Vielfaches mehr weil eben bei Fieber der Körper extrem am Limit ist die guten Zellen können das alle ab und diese Therapie die ich da gemacht habe die hat funktioniert ich habe also insgesamt vier Zyklen gemacht so groß so groß so groß so groß und bei der letzten Untersuchung was ein Arzt mir gemacht hat mit Ultraschall hat gesagt wo waren ihre Lymphknoten jetzt nochmal dann dachte ich mir das klingt gar nicht so schlecht was der sagt und dann hat er gesagt also meine sind auch nicht kleiner wie die von ihnen es hat also tatsächlich funktioniert und zwar seit Anfang Januar habe ich die Diagnose ist alles weg ja wenn es nur so einfach wäre also diese Nummer ist weg ich bin aber gesundheitlich noch nicht ganz zurück in der Spur also es gibt schon noch also mein Körper hat mir diese Chemo schon übel genommen das muss ich schon sagen das war jetzt kein Husenshaft also das ist schon eine harte Nummer und wie gesagt ich habe im persönlichen Unfall gerade mehrere Leute die das erleiden also was ich erlebt habe war harmlos im Vergleich zu diesen ganzen anderen Dingen aber es gab vor allem eine Sache ich habe es einfach angenommen ich habe diese Angst abgeschaltet und ich habe es angenommen als Prüfung als Aufgabe als Arschtritt vom Universum ich habe einfach erkannt okay ich muss mein Leben ändern ich wollte eigentlich immer so lange bleiben bis meine Frau ihr Studium beendet hatte am Flughafen und dann gehen und fünf Wochen vor der letzten Prüfung bin ich dann eben krank geworden und das war wichtig zu erkennen dass man einfach das als Chance erkennt ja nicht als Bestrafung sondern sondern als Aufgabe als Chance vielleicht und natürlich dann auch sich selber versuchen positiv zu motivieren das ist natürlich wenn ein roter Nebel aus Schmerzen um einen hängt nicht so ganz einfach aber ich hatte gute Therapeuten die zwei wichtigsten Therapeuten sind die beiden Stinker hier das sind meine wirklich treuesten Weggefährten die jetzt leider schon am Ende ihres Weges sind die sind jetzt neun und zehn Jahre alt zwei Schäfer Coco haben wir von Anfang an gehabt die haben wir als Baby bekommen und Lenny war ein rumänischer Straßenhund der war da leider drei Jahre im Knast bevor wir ihn bekommen haben also die beiden zwingen mich eben jeden Tag raus bei Wind und Wetter egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und die bringen mich auch oft zur Verzweiflung weil er macht keine Menschen sie macht keine Hunde also es ist egal wo man hinkommt es ist immer etwas kompliziert ja aber ich genieße die Momente wenn ich in den Isarauen unterwegs bin und einfach die Momente der Klarheit habe ich entdecke Wege und Plätze die ich nie finden würde ohne diese beiden und der nächste wichtige Therapeut das war mein Klavierlehrer ich habe kurz ich habe Ende 2012 angefangen mit Klavier spielen und es waren die Stunden die ich bei meinem Lehrer hatte so richtig mit Unterricht und Notenlernen und so weiter die mir dann im Endeffekt wirklich geholfen haben das so ein bisschen in die richtige Richtung zu kriegen und natürlich es war die Aufgabe die ich habe oder nicht Aufgabe das klingt jetzt blöd sondern im Endeffekt das was ich hier machen darf bei euch sprechen mit Frank zusammen arbeiten die Videos zu machen die Vorträge zu machen das hat mir natürlich auch viel viel Mut gegeben weil gerade was im letzten halben Jahr passiert ist das war natürlich dann eine große Motivation für mich um zu sagen hey das packe ich aber wenn ich es nicht packe dann ist es im Endeffekt auch in Ordnung und das bringt uns natürlich dann zu diesen großen Fragen so was zählt wirklich im Leben ja warum sind wir hier oder vielleicht noch viel größer die Frage warum sind wir eigentlich und ich habe letztes Jahr doch viel über alte Städten gesprochen über Ancient Sites und die alten Tempelanlagen und ich habe da etwas gefunden das mich wirklich auch inspiriert hat und bestätigt hat in meinen Gedanken zu diesem ganzen Thema und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen zum Schluss des Vortrags wie lange haben wir denn noch ja ok Viertelstunde das kriegen wir genau noch hin es geht darum dass in unserer Welt ein gewisses Paradigma herrscht und dieses Paradigma sagt uns im Endeffekt dass der Mensch nichts anderes ist als ein unbeabsichtigtes kosmologisch unbedeutendes und vorübergehendes Randphänomen eines sinnleeren Universums so das ist so ein recht aktuelles Paradigma aus dem Manifest des evolutionären Humanismus und ich denke aber das ist falsch das stimmt nicht und das bestätigen mir nicht nur viele von euch sondern auch meine eigene Erfahrung bestätigt mir das und unsere Erklärung wie wir entstanden sind das habe ich ja auch schon oft mal thematisiert so nach dem Motto dieser tolle Vierklang kosmischer Staub biologischer Schleim Affen Physik Nobelpreis ja so hat man uns doch das alles erklärt so quasi wenn wir uns die Frage stellen wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass sich Atome zufällig zu organischen Strukturen verbunden haben und da gibt es dann eben die Antwort aus den biologischen Lehrbüchern und die heißt dann eben aus heute noch nicht vollständig geklärten Vorgängen der Biogenese entstanden erste lebensfähige organische Verbindungen Thema erledigt also bitte ja das Mittelalter mit seinen altertümlichen Vorstellungen haben wir schon lange hinter uns gelassen Leben entstand aus Materie woraus denn sonst und jetzt müssen wir mal genau hinschauen und zwar unser Körper besteht ja im Endeffekt aus Schätzungen gehen auseinander aus bis zu 60 Billionen Zellen und die Grundbausteine von diesen Zellen das sind Proteine und Enzyme und die wiederum bestehen aus Aminosäuren und es gibt einzelne Proteine die sehen so aus wie wenn sie nach einem ganz bestimmten Muster angeordnet sind und man sagt auch wie eine Halskette sieht das aus deswegen nennt man die auch Aminoperlen und von denen gibt es in einem Proteinmolekül bis zu 1000 von diesen Aminoperlen und in einer einzigen Zelle gibt es bis zu 200.000 Proteinmoleküle und jetzt die Gretchenfrage natürlich wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass sich organische Materieteile zufällig zu Aminosäuren und Proteinverbindungen zusammenführen also die Frage die ich hier stelle ist von hier nach da wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit und die moderne Wissenschaft sagt dazu natürlich ja dass ganz egal wie klein die Wahrscheinlichkeit ist es muss einfach nur genug Zeit haben dann funktioniert es auch schon der Beweis dafür sind wir selbst es hat ja schließlich einmal funktioniert wir sind da logisch und der bekannteste Wissenschaftler der sich mit dieser Frage beschäftigt hat das war ein englischer Biologe namens Sir Fred Hoyle ein Astrophysiker auch noch der hat folgenden Vergleich aufgestellt die Wahrscheinlichkeit für diesen Vorgang ist so groß wie wenn ein Mensch versucht mit geschlossenen Augen so einen Würfel von Rubik zu lösen also ohne vorher hinzugucken quasi mit blinden Augen das zu machen so groß ist die Wahrscheinlichkeit von Aminoperlen auf Proteine nämlich 1 zu 50 Trillionen wenn wir es jetzt uns als Zahl vorstellen wenn ich quasi jede Sekunde eine Drehung mache dann brauche ich genau 300 Mal das Alter unserer Erde oder ungefähr 1350 Milliarden Jahre damit es ein einziges Mal passiert auf Deutsch gesagt das ist mathematisch unmöglich und jetzt kommt noch dazu dass in einer einzigen Zelle in jeder Sekunde viele Millionen biochemische Reaktionen stattfinden und das Hauptwerkzeug für diese Reaktionen sind Enzyme da gibt es noch mal 2000 davon wenn man das in diese Rechnung mit reinbringt dann ist das 1 zu 10 hoch 40.000 das ist eine Zahl die geht dreimal ums Gebäude rum und ist immer noch nicht fertig also sprich die Wahrscheinlichkeit dass das alles durch Zufall passiert ist gleich null und wir reden hier nur von den unteren Dingen ihr versteht worauf ich hinaus will also sprich vom Einfachen zum Komplizierten das funktioniert nicht und es gibt da eine wissenschaftliche Debatte die im Endeffekt seit Jahren diese Diskussion dominiert und zwar ist es als Folge von 2000 Jahren religiöser Dogmatik hat sich eben der Darwinismus durchgesetzt mit seiner Vorstellung als der Mensch als Tier auf zwei Beinen und die wortwörtliche Auslegung der Bibel als göttliches Fax aus dem Himmel die Vorstellung der Kreationisten im Endeffekt also sprich diese beiden großen Hauptlager gibt es doch diese beiden Lager sind nur die zwei Seiten der gleichen Spaltung und derjenige der das zusammenbringt ist einer der hier auch schon oft gesprochen hat den ich als mittlerweile auch als Freund bezeichnen darf wirklich das ist der Armin Risi der ein alternatives Konzept zur Entstehung von Menschen in seinem letzten Buch thematisiert hat nämlich ihr seid Lichtwesen das ist eine Ableitung eines Bibelzitats ihr seid Elohim und er geht davon aus dass es gewisse Schöpferkräfte waren die quasi für die Entstehung von uns Menschen verantwortlich sind und natürlich ist es so ein Esoterik Thema wo wenn man mit mit Wissenschaftlern über das Thema spricht ist es natürlich immer sehr sehr schwierig so oh man komm doch nicht mit der Nummer hier ja aber versuch das doch mal von der Seite aus zu sehen wie könnte man denn einem Menschen im 16. Jahrhundert einen Farbfernseher erklären wie würde man so etwas machen oder einen Laserpointer zum Beispiel hier Laserpointer ganz einfach monochromatisch kohärentes Licht durch die elektrische Anregung von einem Rubin wird es quasi ausgesinnt super einfach im Mittelalter hätten sie mich auf dem Scheiterhaufen gesteckt dafür ja und wenn wir dieses Beispiel von dem Fernsehsender mal aufgreifen dann ist es etwas was vielleicht einige von euch auch kennen das habe ich schon mal erwähnt oder genommen stellt euch einfach vor wir haben hier einen Fernsehsender mit zwölf Kanälen AD ZDF Bayern 3 RTL SAT 1 und so weiter und so fort und wenn wir uns jetzt mal vorstellen dass quasi ein Fernsehkanal immer auf einer bestimmten Frequenz sendet und wir je nachdem welche Frequenz wir haben das eine Programm sehen können dann vielleicht ist das eine Möglichkeit das auf ein anderes Bild umzumünzen nämlich auf die Dimensionsskala dass wir Menschen die wir hier quasi in der dritten Dimension sind die wir hier nein nackte Männer machen wir es so ist besser funktioniert immer funktioniert immer also dass wir Menschen im Endeffekt immer auf dem dritten Kanal geeicht sind unsere biologische Empfangseinheit unser Fernsehprogramm ist auf das dritte Programm geeicht auf Bayern 3 oder Hessen 3 oder wo auch immer ihr herkommt vielleicht auch ORF 2 ist mir wurscht auf jeden Fall wir haben nur diese eine Möglichkeit und was da unter uns stattfindet in den tieferen Frequenzen oder in den höheren dazu haben wir keine Möglichkeit wir haben keine Fernbedienung in der Hand manch einer hat es es gibt Menschen die haben Informationen aus anderen Ebenen bekommen und worauf ich im Endeffekt hinauf will dass wir uns mit dem Gedanken vertraut machen müssen dass das Universum eben nicht einfach aus Versehen ausgefurzt hat sondern dass wir mit einer gewissen Aufgabe hier sind dass es einen gewissen Plan gibt es gibt keine Uhr ohne Uhrmacher nehmt doch mal das Beispiel nehmt irgendeine Küchenuhr zerlegt sie in die Einzelteile packt sie in eine Schachtel rein Frage wie lange müsst ihr schütteln bis es wieder eine komplette Uhr rauskommt die Antwort ist ewig keine Uhr ohne Uhrmacher das heißt hinter all diesen Dingen steckt ein gewisser Sinn und diese Uhrmacher die haben Spuren hinterlassen und diese Spuren finden wir in den alten Zivilisationen und ich möchte euch zum Schluss von diesem Vortrag mitnehmen zu dem ältesten Tempel in der Geschichte der Menschheit wir machen einen Ausflug nach Südost Anatolien an der Grenze zu Syrien nämlich nach Göbekli Tepe das ist ein unaussprechlicher Name aber dieser Name hat das Talent unser gesamtes Weltbild auf den Kopf zu stellen und unser heutiges Geschichtsbild geht ja davon aus dass die ersten Siedlungen von Menschen in einem Gebiet waren das man eben auch den fruchtbaren Halbmund nennt und dieses Gebiet bezeichnet eben die Gebirgszüge von Südost Anatolien aus vorbei am nördlichen Teil der syrischen Wüste über das Zweistromland Euphrat und Tigris bis zum Westen vom Iran und die ersten Hinweise auf Ackerbau und Viehzucht finden wir in diesem Gebiet aber jetzt kommt es erstaunlicherweise nicht in den Ebenen in den Tälern sondern in den Höhenlagen was recht seltsam ist weil normalerweise ist Ackerbau und Viehzucht je höher man kommt umso schwieriger aber da waren die ersten Folien die ersten Spuren von Menschen und bis vor wenigen Jahren ist die moderne Geschichtsschreibung davon ausgegangen dass sich religiöse Handlungen erst später entwickelt haben nachdem die Menschen sesshaft geworden sind und jedoch sind die ältesten vorhandenen Bauwerke Tempelanlagen was uns zu dem Schluss führt dass nicht die Landwirtschaft sondern die Religion die Zivilisation hervorgebracht hat und was steckt dann eigentlich hinter diesen missverständlichen Begriff Religion was stand wirklich am Anfang der Zivilisation und wenn wir dann nach Südost Anatolien gehen dann finden wir dort die ältesten Tempelanlagen und zwar wieder megalithische Anlagen und bei diesem Hügel auf einer kahlen und weiten Hochebene dachten die Menschen dort immer dass es sich eben um eine natürliche Erhebung handelt und der Name ist Göbekli Tepe Göbek ist türkisch und heißt der Bauch der Nabel und gebauchter Hügel ist im Endeffekt die volle Übersetzung und der deutsche Archäologe Klaus Schmidt hat als erster 1994 erkannt dass es sich hier nicht um eine natürliche Erhebung handelt sondern dass hier zugeschüttete steinseitliche Megalithanlagen verborgen liegen und das war natürlich eine riesen Sensation in der Welt der Archäologie Untersuchungen mit Bodenradar haben ergeben dass sich auf einem Gebiet von 9 Hektar das sind 20 Fußballfelder auf drei verschiedenen Ebenen 20 Tempelanlagen befinden die über 2000 Jahre hinweg gebaut und dann wieder zugeschüttet worden sind bis jetzt hat man vier dieser Tempel freigelegt das entspricht ungefähr erst mal fünf Prozent von dieser Gesamtfläche und das wesentliche Merkmal dieser Anlagen sind monolithische T-Pfeiler jeweils zwei im Zentrum und kleinere die entweder kreis- oder spiralförmig um dieses Zentrum angeordnet sind wobei später sind diese Pfeiler dann mit Mauern verkleidet worden aber da hat man gesehen dass das eine viel geringere Qualität hat sozusagen bis 10 Meter im Innenraum durchmesser 30 Meter im Außendurchmesser die Pfeiler selber sind aus harten kristallinen Gestein aus der Umgebung geschlagen worden und über hunderte Meter in unwegsam Lände unwegsam Gelände auch transportiert worden und dabei ist zu bedenken das war vor langer langer Zeit und das sind Pfeiler die sind bis zu 5 Meter hoch nicht nur toll gearbeitet sondern auch bis zu 16 Tonnen schwer und die meisten archäologischen Städten sind natürlich im Laufe der Zeit verschüttet und müssen neu entdeckt und ausgegraben werden das ist ja klar das war schließlich auch bei Göbekli Teppe der Fall doch das wahrscheinlich einzigartige an dieser Städte ist dass die Menschen die Anlagen selber zugeschüttet haben und vor circa 12.000 bis 10.000 Jahren wurden auf einer Fläche von 9 Hektar insgesamt 20 Anlagen gebaut und dann mit einer halben Million Kubikmeter Füllmaterial wieder zugeschüttet die letzten Bauten sind ungefähr vor 10.000 Jahren verschüttet worden und was bei den Grabungen sehr schnell deutlich geworden ist dass die Qualität der Anlagen bei den späteren Anlagen immer nachgelassen hat die ältesten sind die technisch anspruchsvollsten und auch die größten das heißt die Pfeiler wurden kleiner und weniger sorgfältig aufgestellt es findet hier eine rückläufige Entwicklung statt hat stattgefunden und was waren das jetzt für Menschen und warum haben sie diese wirklich aufwändigen Steingreistempel errichtet nur um sie danach wieder zuzuschütten um darauf und daneben über Jahrtausende noch neue Anlagen zu bauen das hat schließlich riesige Arbeit gekostet dieses Material dahin zu tragen das macht man ja nicht umsonst einfach nur über 60 Generationen lang warum so eine Kraftanstrengung und es gab einen Artikel in der National Geographic die hat im Juni 2011 einen langen Artikel über Göbekli Tepe gebracht und Zitat wir dachten Sesshaftigkeit habe die Stadt die Religion die Kultur hervorgebracht der älteste Tempel der Welt stellt diese Annahme nun auf den Kopf wurde vielmehr der Drang Götter zu verehren zum Zündfunken für den Aufstieg der Zivilisation und die bisherige Theorie über die Neolithische Revolution also den Übergang von der Alt- zur Jungsteinzeit das nennt man Neolithische Revolution diese Theorie die bisherige die klang aus Sicht von den Darwinisten ja ziemlich logisch also als Tierabkömmling hat der Mensch Jahrtausende quasi als Nomade gelebt und hat sich dann mehr oder weniger sesshaft gemacht und dann hat er angefangen Landwirtschaft zu betreiben und erst dann im Rahmen von kultischen Handlungen haben Menschen angefangen Tempel zu bauen das war die Theorie Viehzucht Ackerbau wir haben Dörfer gebaut und dann haben wir irgendwann angefangen Tempel zu bauen und Göbekli Tepe zeigt jetzt genau das Gegenteil nämlich zuerst waren die Tempel da und dann wurde der Mensch sesshaft und das stellt das gesamte archäologische Weltbild komplett auf den Kopf also wenn wir geografisch mal anschauen wo diese Tempel liegen dann sind die eben am nördlichen Rand des fruchtbaren Halbmoons und von dort hat sich dann auch die Landwirtschaft ausgebreitet bis hinunter eben in die Länder von Mesopotamien und die alten sumerischen Mythen die erzählten noch Jahrtausende später dass ihre Kultur von den sogenannten Anunagöttern gegründet worden ist die im Hügeln im Norden gelebt haben und das deutet wirklich sehr viel darauf hin dass von Göbekli Tepe aus die entscheidenden Impulse für die Neolithische Revolution ausgegangen sind und die Tempel die waren das eigentliche ursprüngliche revolutionäre Zentrum das Zentrum von diesen Anlagen waren jeweils zwei hohe T-Pfeiler es gibt ein Zitat von Klaus Schmidt von dem Entdecker der sagt und ganz sicher erkannten wir dass diese Pfeiler keine primär architektonische Funktion etwa als Stütze erfüllten sie bilden vielmehr selbst das wesentliche Element der gesamten Anlage anders ausgedrückt die Pfeiler waren gar keine Konstruktionselemente des Bauwerks sondern bildeten das Herz der Anlage das Bauwerk selbst gab nur den Rahmen für dieses Zentrum ab Göbekli Tepe bietet uns monumentale megalithische Bauwerke und präsentiert sich damit als großartige Bühne eines komplexen Ritualgeschehens und was waren das für Rituale? wieso haben halbnomadische Jäger und Sammler plötzlich begonnen solche megalithischen Tempelanlagen zu bauen und die Forschung ist sich da ziemlich einig dass es da ganz wichtige Gründe gegeben haben muss man spricht hier von einer konzeptionellen Verschiebung von einer Revolution der Symbole irgendetwas hat den Menschen von damals ermöglicht sich Götter vorzustellen also übernatürliche menschenähnliche Wesen die in einem Universum jenseits unserer physischen Realität existieren und für diese Menschen waren diese übernatürlichen Wesen und das jenseitige Universum keine Fantasie sondern Realität und unsere Forscher die halten das für eine konzeptionelle Verschiebung doch ich glaube wir können sicher sein dass die Menschen von damals konkrete Erfahrungen mit diesen übernatürlichen Wesen gemacht haben und genau so etwas steht auch in den alten Schriften unserer alten Kulturen das hat Armin Risi nämlich 18 Jahre lang studiert in den alten vedischen Schriften dass in Indien bis vor 5000 Jahren diese Lichtwesen aufgetaucht sind dass es immer wieder in unserer Geschichte Menschen gab ohne Eltern die plötzlich da waren Menschen die aus dem Licht gekommen sind Sai Baba Buddha Jesus Allah wie sie alle hießen ich kann die Namen gar nicht aufzählen die Kachinas bei den Hopi Indianern die Aborigines in Australien haben diese Erzählungen und der Armin Risi entwirft hier ein recht interessantes Szenario nämlich er sagt Göppelki Teppe befindet sich bei dieser Ebene bei dieser Hochebene an der höchstgelegenen Stelle und hat das maximale Himmels Panorama auf jeder Seite dieses Hügel gibt es eine Quelle in jeder der Himmelsrichtungen und ich gehe davon aus dass dieser Ort nicht zufällig gewählt worden ist sondern dass er allein von der energetischen Situation mit Bedacht dahingestellt worden ist und seine These ist folgendes dass am Ende der Sinnflut nachdem quasi 95 Prozent der Menschheit damals ausgelöscht worden sind die Menschen sich in diesen Hochlagen gesammelt haben und die Situation bestanden hat dass viele Menschen auf engen Raum bald verhungert werden und diese kosmischen Schöpferkräfte die Uhrmacher das Experiment Mensch nicht aufgeben wollten sondern gesagt haben wir müssen hier aktiv werden wieder einmal und die haben sich manifestiert in diesen Tempeln und deswegen sieht er die Tempeln quasi für ein paranormales Geschehen gebaut so etwas wie energetische Anlagen oder metaphysische Laboratorien das heißt diese Anlagen wurden vielleicht benutzt für den Übergang von Bayern 3 auf Sat.1 von der niederen auf die höhere Schwingung oder eben andersrum man kann nicht einfach nur runterlaufen von der vierten Dimension sondern man braucht halt auch eine Pforte das heißt wir sprechen hier nicht von einem Sternentor um mal kurz nach Aldebaran und Betalgoize zu pflegen sondern wir sprechen von einem Dimensionstor und die Tempel waren eben ganz auf die Mitte hin ausgerichtet und diese beiden T-Pfeiler wirken wie elektroplasmische Kondensatoren sucht euch selber Worte dafür raus wie wir das beschreiben wollen ist vollkommen egal es geht um den großen Sinn der dahinter steckt dass es sich hier um Anlagen handelt die wir nicht verstehen weil wir die Sprache nicht sprechen ein Buch oder diesen Zettel kann nur jemand lesen wenn er wenn er die Schrift versteht wenn jemand nicht lesen kann ist es nichts anderes wie Holz in einer anderen Form man kann damit nichts anfangen und wir verstehen die Sprache nicht weil wir die Software nicht programmiert haben von diesen Tempeln also sprich die alten Tempelanlagen waren im Endeffekt spirituelle Kraftplätze zum Übergang zwischen den verschiedenen Ebenen des Lichts die Uhrmacher kamen zu uns nach unten und haben die Uhr neu aufgezogen und so ist auch eine Erklärung in dem Buch von ihm sehr gut beschrieben von Armin Riesi wo eigentlich die ganzen Kulturpflanzen herkommen Mais Reis Weizen und so weiter er geht da ziemlich gut detailliert ein in diesem Buch das ist wirklich schön zu lesen und ich habe das mir deswegen ausgesucht weil ich eben erkennen musste oder erkennen darf dass es viel höhere Ebenen gibt als das was wir eigentlich als Realität wahrnehmen ihr denkt alle ihr habt einen festen Körper das stimmt alles gar nicht das sagen unsere Quantenphysiker auch das ist alles nur hohl im wahrsten Sinne vielleicht auch ja das ist nicht Materie das ist gefrorenes Licht und wir sind hier reingekommen in diese kondensierte Lichtform in diese kondensierte Energie um gewisse Erfahrungen zu machen und da hat jeder sein Päckchen auf dem Buckel ich meine ihr eure jeder von uns und wir müssen erkennen dass es da verschiedene Kräfte gibt es gibt die lichten Seiten und es gibt die dunklen Seiten für die Lichten haben wir auch natürlich genügend Erklärungen dafür nur noch mal kurz das habe ich glaube letztes Jahr auch noch gezeigt der war übrigens dieses Jahr ein Reisding könnte auf meiner Seite ein tolles Interview mit der Bäuerin anschauen war eine großartige Erfahrung und ihr könnt natürlich dann auch verstehen warum man uns quasi permanent verarschen will dass das alles nur ein paar Bauern gemacht haben Frau Doktor Marianne Krüll ist diejenige die als erstes damals in diesem Kreis gegangen ist eine sehr gute Freundin von mir bin froh dass ich ihr begegnet bin und sie hat eben gesagt die Liebe und die Energie die in so einem Kreis zu spüren ist die kommt von der lichten Seite aber es gibt eben auch die andere Seite und auf die gehen wir heute gar nicht im Detail ein das ist nämlich eine das würde jetzt nicht mehr dazu passen sondern es ist wichtig dass wir das erkennen müssen einfach dass es diese lichten Kräfte gibt und es gibt diese dunklen Kräfte und jeder der hierher kommt kommt mit einer gewissen Aufgabe um diese Prüfungen zu bestehen oder auch nicht zu bestehen und ich bin wirklich sehr sehr froh dass ich sagen kann dass ich die Aufgabe vom letzten Jahr einigermaßen gut überstanden habe und ich habe mir geschworen wenn ich letztes Jahr stand ich hier genau in diesem gleichen Zeitpunkt habe gesagt wenn ich das schaffe wenn ich dieses Jahr hierher komme und wenn ich das schaffe dann stoße ich mit euch an auf diesen Moment das ist Blutwurz das ist das ekelhafteste gesurft was es überhaupt gibt und das wird nicht der letzte bleiben heute ja also heute Abend könnt ihr mit mir keine großen Gespräche führen aber ich wollte nur eins sagen ich bin sehr sehr froh dass es Menschen wie euch gibt wie Frank wie Olli wie uns alle dass wir uns das auf die Fahnen geschrieben haben dass wir diesen globalen Irrsinn einfach umwandeln dass wir diese Situation in die richtige Richtung schieben und ich freue mich riesig drauf hier zu sein ich freue mich riesig auf das Wochenende und ich kann eigentlich nur noch eins sagen Nasta Rovie Applaus 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 Vielen Dank.